wow krengte ASMR bekommen. ganz krank. krank. ich bin auch mal da. ich hab's jetzt auch mal geschafft. wow. ich muss jetzt einfach kurz die kommentare durchlesen. oder die nachrichten. hi deli, hi chantal. du komisches ding. hi kakao. hi jana. und hi jule. hi hi. geht's echt und so. also ich hab tatsächlich schon das Pferd ausgelevelt. bin ich halt stolz drauf. ja. ich würde jetzt gerne mit karrot reden. aber carrot, falls du das siehst. ich muss einmal kurz dinge schließen. das ist halt eigentlich teamtreffer. aber ich hab ähm grad gehen jetzt auf zu streamen. deswegen geh ich da nicht hin. ähm ich sag jetzt so lustig. nö. fand ich jetzt nicht. also ich bin froh, dass ich nicht gekommen bin. ähm oder ich bin aus... also ich bin extra nicht gekommen. einfach weil chantal da war. ähm also tut mir jetzt leid, wenn du halt streamst. tut mir richtig leid. nicht. haha. man! ich klicke hier ganz draußen. wir haben unser nächstes Pferd zu leveln. also ich hätte jetzt gesagt, dass wir auch einen KW-Pferd zum level nehmen. aber irgendwie ist das doch langweilig. glaub ich. ähm ich hatte tatsächlich erst mal das sel-francais genommen. beziehungsweise. obwohl nee. erst mal das... das Pferd hier. ähm ihr seht level 14. ich denke, da kann man was machen lassen. ach so. mit dem Club. ja. ich weiß. mein Club ist ziemlich smash. beziehungsweise die mittels sind natürlich ziemlich smash. deswegen ähm so sind wir halt immer drauf, ne. geile Kram. ach geil. so. okay. ich nehme jetzt einfach das Outfit, weil ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr anderes zu nehmen. oder besten. hi Zoe. ja. was will Karchi jetzt eigentlich? äh ich hätte gesagt, dass ich Druidentraining mache. ähm möchte ich einmal dringend. oh my gosh. warte, wir können auf jeden Fall einmal... ich muss hier den Sound ein bisschen anmachen. so. ja okay, so laut jetzt auch nicht. oh. wie laut war denn das jetzt? ich hab keine Ahnung. hast du, äh, die Zeit oder... doch. ich weiß es noch nicht, also... ist das zu laut? wenn ihr sagt, das war perfekt, dann mach ich es wieder zurück. ähm, ich weiß es noch nicht. also ich hab mir das schon vorher angeschaut und so. das Ding ist, also an der Zeit liegt es natürlich auch, aber auch an der Idee. weil bei, ähm, Deli, das... also ich fand das Lied ziemlich einfach für mich, weil mir da direkt sowas eingefallen ist, sowas ich machen könnte. und das ist bei dem einen Lied halt nicht so. und da brauche ich halt eigentlich sehr viel Zeit, aber... ich weiß halt nicht, ob ich da mitmachen werde, weil es, äh, für mich ziemlich kurzfristig jetzt wieder ist. ähm... ich würde gern mitmachen, aber... mir fehlt halt die Idee, weil der Song einfach, ähm... nicht so meine Ideen... also ich hab da halt keine Ideen zu. das ist mein Problem auch mit der Zeit auch. könnt ihr Ideen geben? ähm, nein, wenn schon, möchte ich die... also eigene Ideen haben. so, ähm... weil sonst wäre es irgendwie unfair. manche kriegen kein... also die anderen kriegen keine Tipps und ich schon, ähm... ich möchte eher fair bleiben, deswegen... muss ich schon, also ich werde es nicht versprechen. Plätze schon überlegen, natürlich. mir ist halt bei Deli direkt sowas eingefallen, was ich machen könnte. ähm... weil das Lied halt auch so... ja... keine Ahnung... ich wollte jetzt eigentlich leveln und ich sammle Lichter. aber Kakao nicht böse nehmen, ne? ich würde da gern mitmachen, aber die Idee ist einfach immer... bisschen am... abgehen... wenn man das so sagen kann. genau. ähm... ich mach jetzt... warm... so. Deli, äh... sehr schwer, bei Kakao noch schwierig kannst du auch gehen. also bei Deli ging es tatsächlich noch. ähm... ich fand mein Edit jetzt... jetzt nicht so bombastisch, so, aber... ähm... also das von der Edit kommt da von Deli, aber es ist okay, denke ich. und, ähm... das halt von Kakao ist für mich extrem schwierig. also ich hab das auch... ich wollte ja eigentlich auch mal... das tut mir halt immer noch leid, ich hab das halt nie gesagt. ich wollte halt auch solche, ähm... also ihr durftet euch Lieder wünschen und zu diesen Liedern hätte ich dann Addits gemacht. aber, ähm, dann habe ich danach gemerkt, man kann das einfach nicht machen. ähm... ich such mir nämlich Sounds raus. also... meistens gehe ich so, ähm... swipe ich so durch Discord, äh... Discord, genau... durch TikTok und denke mir so, ja, ähm... okay... der Sound ist richtig geil, da könnt ihr mir jetzt schon was vorstellen und so... und dann... so entstehen halt meine, ähm... machen konnte. genau. ähm... das ist halt noch mein Problem gewesen. ist das dann eigentlich gut? ähm... mag man es nicht so? ja... ich finde irgendwie die eigenen Addits sind für einen selber eh nicht so gut. ähm... so jetzt... bitte nicht dir zuordnen. schön, mach das total. das juckt mich den Scheiß weg. oh sorry. ich schreibe die ganze Zeit auf. so... so... ich weiß worum es geht. warte mal, hat sie Bock mitzureden? hat sie Bock mitzureden? hat sie Bock mitzureden? so... 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 Money, money, green, green, money, so money. Ähm, die mag ich. Ich hab schon ein paar andere, die ich mag. Ja, ist immer so. Immer wieder total nett. Also, zu dir mal gar nicht. Zu dir muss man nicht nett sein, Kollege. Die muss nicht einfach so stark hören. Ich würde mal kommentieren. Oh. So. Oh Gott, ich ruf jetzt Kakaoschen um. Oh mein Gott, sie ist online. Sie ist online? Oh mein Gott, sie ist online. Parrot! Hallo. Ich hab sie vermisst. Wer hat mich vermisst? Ich hab dich vermisst. So, du Affen, Jenny. Weißt du, wie lange wir nicht mehr geredet haben? Also wirklich. Oh, ich fand jetzt vielleicht, keine Ahnung, vier Tage oder so. Nein, das war trotzdem eine lange Zeit. Ich hab's nicht. Ja, das war eine lange Zeit, sag mal. Du, wirklich. Ja, ich hab das einfach ganz halt gefühlt. War das wirklich nur vier Tage? Ja, du bist doch... Ja, das war nicht länger. Oh shit, not good. Ich dachte, das war irgendwie ein paar Wochen. Ja, ist okay. Ein paar Wochen, ja, überschreiben. Ich hab dich trotzdem vermisst. Ah, wo bist du? In SSO. Ach, witzig. Und wo? Auf Jorvik. Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste es. Und wo auf Jorvik? Maletram. Okay, ich komme. Ah, ich weiß nicht, was ich reiten wollte. Ja, eins, was du halt schnell ausleveln willst. Also, hast du schon die Festival-Dinger-Rennen gemacht? Ja. Sehr gut, ich auch. Aber, also ich benutze halt, eigentlich wollte ich immer Pferde benutzen, die ich nicht so gern level. So, es geht halt viel schneller. Aber, mach dir auch gar nichts. Ja, lass einen Morgen leveln. Lass mal das Shire-Horse gleich level. Oh nein, ich hab doch eh das Falsche gekauft. Also, ich will gleich das Morgen holen, aber, ähm, erstmal möchte ich halt dieses eine Pferd, was ich grad reite, ausleveln, diesen Ardenner. Weil, der ist Level 14. Der ist ungefähr bei der Hälfte. Nein, der ist nicht bei der Hälfte. Dauert noch nicht. Also, dann geh ich... Bist du ja noch mal, ich's fahren? Ja, aber ich geh gleich zur Droiden-Koppel. Es leckt halt ein bisschen. Droiden-Koppel, dann geh ich da schon mal hin. Ja. Machen sie das. Ja, mach mir aus. Wieso, wieso it leggen es was? Ja, ist gut. Äh. Gewalt. Also, Kakao, ähm... Ist das jetzt wegen der Edit-Comp? Ich, ich möchte keine Tipps. Ich weiß auch nicht, ob ich mitmache. Das ist das Problem. Wie gemein du bist. Ich hab, ich hab bei einer Edit-Comp mitgemacht, weil ich mir so dachte, boah, der Sound ist so geil, da fällt mir jetzt was zu ein. Und dann, ähm, schreibt mir jetzt Kakao auch so an, so. Machst du mit? Bei einer Edit-Comp? Hi, Mary. Mary. Der Name. Ist doch voll nett. Ja, ja, sicherlich. Ich finde ich dich nett. Nein, Spaß. Okay, nett. So. Wie gemein du bist. Ich hab vorhin das so was. Wer ist hier gemein, hä? Hm? Ich werd immer gemobbt. Ja, das stimmt. Du bist eigentlich so das Mobbing-Opfer. Naja. So passt schon. Riebig traurig. Naja, mich nicht. Also ich find's eigentlich ganz gut, dass ich nicht das Mobbing-Opfer bin. Äh, 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 äh. Ja, aber das, 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 das wird noch. Oh mein Gott, seit wann gibt's das? Das ist grad klein. Da bist du Lottie. Ja. Ah, wo ist die überhaupt? 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 Die haben die einfach alleine gelassen. Warum geht man um 18 Uhr irgendwas einkaufen? Echt? Ich glaub, es hat schon. Die hättest du das um 11 Uhr machen können. Dann schwarz, das ist ein bisschen früh. Ja, ein bisschen, ne? Merkst du selber? Ja, ein bisschen. Ja, ebenso sagen. Ja, ein bisschen. Mann, ich hab mir voll das geile Oberscheid und die Geldschabracke gekauft, aber ich weiß nicht, was der für Autos zu machen soll, Mann. Ich hab mir heute auch irgendwas gekauft, ne? Und dann dachte ich mir so, nee, ich hätt mir doch was anderes holen sollen. Und jetzt, das ist halt so ein Pullover, der hat so drei Farben, ne, vier. Ach, schitzschutz. So braun, grün, orange und halt schwarz. Und eigentlich sieht er ganz geil aus, aber ich weiß halt nicht, was ich dazu anziehen soll. Das ist halt ganz kritisch. Es gibt keine Schleifen. Und wenn es Schleifen gibt, dann gibt's halt keine Bandage und so. Das ist halt echt mies. Na, ist richtig mies. Kannst du machen, Kakao, aber es ist halt ein bisschen blöd jetzt für die, die schon mitgemacht haben. Da ist eine Kakao. Ey, wir haben eigentlich Teamtreffen, ne? Aber ich hab lang Zeitabmeldung gestimmt. Hast du Uhrzeit, äh, hast du eine Zeit angegeben? Hi. Nein. Du musst mal bei, ähm... Was heißt nochmal? Du musst kurz gucken. Du musst bei... Die hat irgend... Also, Easy hat irgendwas geschrieben. Was gegen mich? Nein, gegen alle, die eine Langzeitabmeldung geschrieben haben. Das ist bei Important. Darüber unterhalten wir uns später nochmal, okay? Ich möchte das jetzt nicht so raushauen. Wo steht Important? Auf dem Discord-Server. Ach, witzig. Oben weiter. Ach, oh mein Gott, ich bin auch auf dem falschen Server. Upsi. Wahrscheinlich auf dem Club-Server, oder? Ja. Haha, los. Hier, cool. Achso, wir müssen da schon. Ja, sonst gibt's einen Strich. Oh mein Gott. Ich bin kurz auf der Versuch zu verlassen, so, weil es macht für mich halt keinen Sinn. Ich nehm ja dann irgendeiner Person so den Platz weg. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, und was und was... Ich weiß, ich weiß halt noch kein Datum. Ich auch nicht. Ich kann ja schreiben, ähm, 1.1.2026. Reicht auch, ne? Passt. Ja. Finde ich gut. Ja, wie soll ich mir denn ein Datum aussuchen, Mann? Wenn's einem zum Beispiel scheiße geht oder die Motivation fehlt, kann man nicht sagen, ja, ich bin mal bis nächste Woche weg, ne? Nein. Das geht nicht. Ja. Habe ich auch nicht verstanden. Ich dachte mir so, warte mal, was? Ja. Ich wollte mich eigentlich auch schreiben. Aber ich bin halt auch nicht verlassen. Aber weil ich bin auch nicht verlassen. Ich bin auch nicht verlassen. Und so halt auch kein Stress mit denen. Also... Ich auch nicht. Das ist halt schwierig. Aber ob ich jetzt halt eine Langzeitabmeldung schreibe und nicht zu einem Teamtreffen komme oder halt ob ich verlasse. Das macht halt keinen Unterschied. Das macht wirklich keinen Unterschied. Ja, das ist halt einfach Kacke. Was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß jetzt auch nicht. Aber ich will... Es kam aber so plötzlich, ne? Also ich glaub, die wissen halt, dass wir drei uns vor allem momentan gut verstehen. Also du, Lottie und ich, ne? Und dass wir dann alle drei so eine scheiß Langzeitabmeldung schreiten. Das wäre echt cool. Ich würde mir auch so denken, so Junge. Die fliegen aus dem Club raus. Also wenn die im Club wären, hier. Ja. Wo bist du eigentlich hin? Du bist einfach weg schon wieder. Ich hab diese scheiß... Ich mach diese komischen Rennen da. Diese Mission. Also ne. Muss ich sowas nicht machen. Die Mission muss ich gleich noch machen. Also es gibt ja mehrere Sachen. Wenigstens gibt das so 200 XP. Oder 400. Oder 500. Oder 600. Okay, reicht jetzt auch mal. Okay. Okay. Also ich hasse, die rennen bei der Starschein, Mensch. Aber da müssen wir gleich hin, weil die... Nein, ich hasse sie mehr. Nein! Ich hab verkackt. Ich hasse die richtig doll. Hi Angies, Pferdewelt. Ja, was ist los? Also ich lese jetzt nicht alle Kommentare. Es tut mir leid. Also ich lese sie mir leise durch, aber beantworte sie nicht, weil ich noch mit da komischen Karotten rede. Spaß. Hallo, ich find's überhaupt nicht komisch. Sondern ultra komisch. Spaß. Ich kann voll guten Eseln nachmachen. Mach mal. Warte, aber ich weiß ja, ob's jetzt beim ersten Mal klappt. Oh nein, ich muss... Ich muss jetzt einmal kurz üben. Oh Gott. Okay, ich kann dir das voll unangenehm. Okay, warte. Wie hast du das sehen? Du musst die Story-Quest, glaube ich, durchhaben und dann kommt dann irgend so eine Quest mit dieser Ryan, oder wie die heißt, Alter. Diese... Also diese komische Tante, bei der du halt... Die kann ich gleich zeigen, die steht hier auch. Also du musst erst diese Story-Quest mit, äh, ähm, dieser Elisabeth da fertig haben. Meinst du mich? Nein, nicht du. Heißt du Elisabeth, oder was? Ja. Merkste. So, jetzt komm, du Esel. Nein, ich möchte jetzt die Star-Shine-Range machen. Ich hasse es Star-Shine-Range-Rennen-Rennen. Wo bist du denn? Du bist ja schon wieder weg. Die Que... Ja, weiß ich nicht. Die Quest ist ne... Äh, Story-Quest. Also da, wo man halt, ähm, dieser Anna rettet. Ich weiß jetzt nicht, welches Level du bist. Keine Ahnung. Äh, nein, 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 noch nicht jetzt. Ich muss die Sachen hier noch fertig machen. Ach, ich sehe dich da hinten. Er macht drei Sachen, äh, umgekehrt. Also, ich bin manchmal froh, dass ich nicht in diesen YouTube-Chat da schaue. Äh, wenn du... Du bist Level 20. Hast du die Hauptquests alles schon gemacht? Jetzt habe ich die Person nicht. Ja, gut. Was soll ich jetzt... Soll ich jetzt ne Langzeit... Also, was für ein Datum würde ich hinschreiben? Das kann da noch... Ich habe einfach 2015. Boah, dann schmeißt du mich raus. Ja, wäre eigentlich besser so. Also, rausgehen würde ich jetzt tatsächlich nicht so gerne. Ich auch nicht. Aber ich will halt auch nicht einfach auf Krampf immer drinbleiben. Was bringt mir da aus? Das ist so... So ne... Gefühlt so ne Zwickmühle, weißt du. Du hast das... Oder so ein... Wangen halt. Du musst drinbleiben, weil das irgendwie... Weil du mit dem Kontakt hast. Und, ähm... Der dann wahrscheinlich nicht mehr dann ist, wenn man nicht mehr drin ist. Ja. Also... Ich weiß. Ja. Vielleicht überlege ich mir nochmal, nächste Woche Freitag einmal zum Teamtreffen hinzugehen. Du kommst dann hoffentlich auch. Und dann... Ich hoffe. Und dann gucken wir einfach mal, wie es wird. Und wenn es scheiße wird, dann... Dann wird es scheiße. Und dann habe ich... Was? Also, würdest du die Langzeitabmeldung so lassen oder was? Also, ich würde die lassen, aber... Ich würde dann vielleicht nochmal privat schreiben, so... Ja, ich würde nächste Woche einmal kommen oder irgendwie so. Also, ich sage... Aber was soll ich denn jetzt machen? Weiß ich nicht. Du kannst es auch machen. Also, nicht so ähnlich wie ich, aber... Ey, das ist übrigens diese Person... Ach, Janon. Ups. Ich habe Rihanna gefragt. Mann. Was... Soll ich erstmal bis nächste Woche machen und dann einfach eine neue? Ja. Dann einfach zum CT kommen? CT. Teamtreffen. Mann. Ja. Ja. Äh, stell dir mal vor, jemand hat gefragt, wer hier gerade mitredet. Ach so, äh, so... Ja, also, ähm... Ähm, nee, jetzt stehe ich mich jetzt nicht so vor wie bei... Ähm, bei... Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ähm... Bis dann? Ja. Ja, ich bin... Katschow. Krass. Oh mein Gott. Ja. Ja, das ist Karotte, eine... Das ist zum Beispiel Karotte-Hai. Ja, 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 ja. Jetzt jemand Hai. Und hier legt sich jemand vor mich hin. Ich glaube, die mag mich. Hi, Julian. Nein. Hi. Wer ist dabei? Immer noch Karotte-Duo. Komische Keks. Nein, Spaß. Keksi, sorry. Karot. Ja, Karot ist ganz berühmt. Genau. Ich nicht. Haha, Spaß. Okay, das war's. Welcher ist... Wann ist denn das nächste Teamtreffen? Eigentlich Sonntag, aber ich weiß halt nicht, was sie machen. Warte, lass mich kurz gucken. Nein, nicht diesen Sonntag. Ja, aber ich will trotzdem gucken, was die machen. Willst du bis... Oh, Springtraining. Och, nee. Mit in Zoe und Raven... Nee. Wir... Wir machen... Oh, nee, Bruder. Nee. Ja? Wir machen dann bis nächste... Wir machen dann doch bis, ähm... Dann machen wir bis nächste Woche... Also, ich habe jetzt bis nächste Woche Langzeitabendung und wir kommen dann zum Teamtreffen. Ja. Lott, du musst da auch noch mit rein. Du musst Lott. Nein. Das Ding halt ist, mir haben diese Freizeit-CTs nie irgendwie Spaß gemacht. Ja, auch nicht. Also, Dressur war tatsächlich sogar besser, aber... Ich komme richtig durcheinander mit SSD-Begriffen. Ja, weil die das anders haben als bei... Bei... Also, bei... Dings... Dein Club halt. Oh, das war jetzt echt brech. Beim... Beim... Und nicht mal die Hälfte. Aber... Also, ich kann das ja nochmal mit, äh... Den anderen... Sprechen. Dir könnte ich das nämlich zutrauen. Aber das Ding halt ist... Ja, okay. Du traust es mir nicht zu? Das könnte ich dir sehr gut zutrauen, habe ich gesagt. Ich muss ein wenig auf... Okay, bis dann. Sehr gut. Das... Das... Das kann gerade richtig kommen. Egal. Ist gut. Man, ich muss mal... Ich hab... Ich hab kein Kalender auf meinem Handy. Aber doch. Aber ich weiß nicht, wo. Ja. Wo hat man einen Kalender? Ey, ich hab kein Kalender. Ich muss jetzt mal... Kalender. Mucha ist mein Kalender. Was? Oh mein Gott. Angie. Sag mal Angie. Ah, egal. Weißt du, jemand hat... Also, einer im Chat hat sich halt... Ähm... Wegen Autokorrektur verschrieben, so. Sie hat geschrieben, äh... Lemu, ich komme jetzt mal. XD. Und kläre dein Pferd auf meinem Stall. Okay, das war jetzt mal lustig. Sie meinte eigentlich Klaue. Wann ist... Wann ist nochmal jetzt ein Treffen bei... Wann wollen wir hingehen bei Dings? Wollen wir Sonntag oder Samstag? Äh, oder... Freitag. Äh, Freitag. Okay. Also dann den 12. Dann schreibe ich jetzt eine Langzeitabwendung bis zum 12. 4. Oh mein Gott, mein Mikrofon. Ja. Das mach ich gleich auch noch. Dieser scheiß Mikrofon. Boah, also... Alles gut. Ich hab kein Problem damit. Okay. Schon, dass ich das am Stream macht. Ja, ne? Also... Tatsächlich echt krass. Hm. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Ich könnte mich ja wieder ein bisschen beschweren, aber... Mach ich jetzt lieber mal nicht. Ich kann... Ähm... Ähm... Ach, die sind... Äh... Das hatte ich jetzt nicht verstanden. Ey, mein Pferd hat das Bad ausgelöpelt. Was? Ich hab... Ich hab ne... Äh... Ich nehm eigentlich keine Freundschaftsanfragen, ähm... Von irgendwelchen... Leuten. Und dann stell dir vor, das ist einer aus meinem Stream und die denkt sich so... Geil, da ist Karotte. Und dann Karotte so... Ich nehm keine FAs. Doch, aber halt nicht. Aber... Ja, okay, aber das ist auch verständlich. Also... Zoe... Snowtiger. Du bist bestimmt mega cool, aber... Ich nehm halt... Äh... Keine... Äh... Freundschaftsanfragen an. Also halt keine random Leute, weil sonst wird meine... Ähm... Ähm... FAs voll voll. Deswegen, ja. Ich sollte meine auch mal ein bisschen sortieren, aber das Ding halt ist, ich will nicht, dass irgendwelche Personen dann... Ex sind. Ja, ich hatte auch mal von... Als ich noch... Ähm... An meiner Anfangs-Sahselbe-Zeit. Aber dann hat irgendwer mein Passwort herausgefunden, ist auf meinen Account gegangen, hat man die ganze FA gelöscht, also... Ja, da haben sie dir einen Gefallen getan. Äh... Nein. Ja, ist eigentlich scheiße, ehrlich. Ja, weil das waren so Leute, die noch aus der... So die... Die... Die da schon keine Ahnung wie lange drauf chillen, so. Schon... Na ja, oder? Ja, scheiße. Bist du jetzt auch mal fertig, oder? Hm... Nee. Warte, du musst mir nicht antworten, was... Oder wenn... Dann will Paula die ganze Zeit darüber reden. Äh... Lange Geschichte und ich hab da jetzt grad keinen Nerv zu, darüber nochmal was zu erzählen oder nochmal alles... halt, ja, wie gesagt, zu erzählen. Das ist einfach echt, äh, ein bisschen kacke gewesen. Ähm... Ja, mit Paula halt. Also, ja, okay, wir haben jetzt kurz Zeit. Also, es war halt Sonntag so, ähm, und ich hab halt nochmal einen Stream gemacht. Auf einmal schreibt halt Paula so, also es war irgendwie 20 oder so, auf einmal schreibt Paula so, ähm, dass sich halt ihre Eltern schreiten und so und zwar sehr stark und dass sie halt Angst hat, bla, bla, bla. Und am Ende, also natürlich, äh, sie hat halt gesagt, ähm, so die Eltern haben sich gestritten und natürlich, dass die halt auch Angst hatte, aber, ähm, wir haben ihr alle, also wirklich alle geholfen, die halt im Stream noch dabei waren. Ähm, viele sind halt extra noch bis, keine Ahnung... Erzähl weiter, ich meine Oma hat geklingelt. Ja, bis 10 Uhr, ähm, nachts halt, sag ich mal, wach geblieben oder halt auch länger, damit wir uns halt, ähm, um sie kümmern konnten, damit wir für sie da sein können und so konnten. Und, ähm, dann am Ende hat sie dann geschrieben, so, dass wir ihr gar nicht geholfen haben. Also wir haben wirklich alles gemacht, ne? Ähm, das, ja, und dann hat sie halt wirklich so gesagt, so, ihr habt mir überhaupt nicht geholfen, bla, bla, bla. Also wirklich das, was die anderen auch für sie gemacht haben und was ich auch für sie gemacht hab, ähm, ist auch echt sehr, sehr viel gewesen und auch nicht mal so möglich. Also sie, ich weiß nicht, ob sie dadurch auch meine Nummer wollte, weil sie hat halt so gesagt, so, sie hat keinen, ähm, Discord und so und darf es auch nicht haben und was auch immer. Und dann hat sie halt gesagt, ja, sie hat Twitch. Ähm, aber meine Nummer werde ich auf jeden Fall nicht bei sowas weitergeben, weil das einfach nicht geht. Ähm, und ob man das verzeihen kann, vielleicht Personen, die damit sehr gut klarkommen. Ich tatsächlich nicht, weil ich mich immer noch sehr stark drüber ärgere, dass, ähm, sie sowas abgezogen hat. Und dass sie dann halt auch, ähm, so ein bisschen, ich sag mal, ja, sie hat erzählt, so, dass ihre Eltern sich natürlich gestritten haben und ich denke mal, auch das war so. Aber sie hat halt echt übertrieben, das ging ein, zwei Stunden, also eine Stunde, denke ich war, eine halbe Stunde bis eine Stunde, dass sie das alles geschrieben hat und, ähm, die Wahrheit hat sie wahrscheinlich euch nicht erzählt. Ähm, danach wirklich, sie meinte dann so eiskalt so, ja, ihr habt mir nicht geholfen. Und da dachte ich mir so, jetzt ist es aus. Ähm, dann meinte sie irgendwie, dass man halt, dass wir wegen dem Streit irgendwie, keine Ahnung, was sie halt geschrieben hat. Ähm, das fand ich jetzt eigentlich gar nicht in Ordnung. Dass sie jetzt, ähm, wieder denkt, wir werden best friends und so. Ähm. Ich, ich mag's, ich möchte sowas, ich möchte nicht, dass sowas abgezogen wird. Vor allem, weil die anderen Schule hatten und einfach schon so um acht oder halb acht, äh, halb neun so schlafen gehen mussten, ne. Die sind trotzdem wach geblieben, damit, äh, sie helfen konnten. Aber, da kam kein Dankeschön zurück. Wenn schon ein kleines Dank habe, das war wahrscheinlich auch so ein Fake. Ja. Ähm. Ja, gut. So, ihr habt hier ein paar Problemchen. Also, ich würde tatsächlich schon zum, zu Starship Match gehen. Ich weiß halt nicht, ob Karate die rennen mag. Ich guck nicht so. Kommen sie, kommen sie. Als hat sie sich gerade so richtig schön hingestellt, aber auch schon. Nur, dass ihr halt erst mal Bescheid wisst, ähm. Und es war jetzt ganz grob erzählt, also ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern, aber das weiß ich halt noch ganz genau. Und sowas halt abzuziehen, ist wirklich der reinste Schwachsinn. Und dann halt auch so zu sagen, ja, nee, das hab ich nicht gesagt, bla bla bla. Ja, weil meine Eltern haben sich wirklich gestritten, darum geht's ja eigentlich nicht. Ähm. Naja, war halt ihre Entscheidung. Decke, die du hast, finde ich nicht. Keine Ahnung, die ist irgendwie im Globy oder so. Also unter weiß natürlich. Unter, ähm, Satteldecke und weiß. Aber, wenn du die nicht findest, kein Plan. Es gibt halt zwei von der Decke. Das ist halt voll schade, dass man schon, dass man... Also wir haben halt alle so gewartet, bis irgendwie eine Antwort kam, weil sie oft kurz gegangen ist und wir dachten, hier ist irgendwas passiert. Haben sie teilweise voll gespammt, haben versucht, sie einzuladen. Haben versucht, ähm, mit ihr Kontakt aufzunehmen und so. Und, ähm, wir haben uns die Mühe gegeben, wo ich mir jetzt so im Nachhinein denke, das hätte jetzt ehrlich gesagt nicht sein müssen, weil ich jetzt auch eigentlich, ähm, ich musste wirklich auch aufhören, so. Oder ich konnte das halt alles nicht mehr so. Und dann kam sie halt danach so an und so, ihr habt mir nicht geholfen. Das hat mir alles nicht geholfen. Ihr wart ja nicht mehr richtig für mich da. Nee, nee. Äh, liebe Leute, die sind auf meiner Fahrt. Ja, dich lösche ich gleich in der Schwarze. Ich bin immer noch stolz auf dich, dass du im Talk mit drin warst. Äh, die gibt es zweimal. Weta? Ja, keine Ahnung, Emily. Welcome back, Carrot. Wo bist du? Weg. Hi, Mira. Wo bist du? Äh, Starship Rant. Ich hab halt schon die Rennen angefangen, weil ich dachte, du magst die Rennen eh nicht. Lass uns gleich mal ein cooles Outfit zusammen machen. Bitte. Können wir machen. Hast du schon mein Outfit gesehen? Mit dem Pullover? Nö. Du musst mal... Hast du von diesem Pullover irgendeine andere Farbe? Noch ein Outfit zu den Hundertfremden. Ähm. Sehr schön. Ähm, nein. Ja, ganz gut. Nein, hast du... Du hast gar keinen von denen. Es gibt irgendwie fünf andere oder so. Oder vier. Ja. Ich... Hallo? Vielleicht quest' ich einfach nicht gern. Schon mal darüber nachgedacht? Ja, Leute. Ich sag make'n, Mann. Können wir make'n. Also wirklich. Normal. Dann lass uns gleich in deinem, aber welches Pferd nehmen. Ich möchte erst mal ihn... Frenn ihn fertig machen. Äh. Ich möchte das Pferd immer noch ausleveln. Sonst ist das am Arschsteffel. Oh, sorry. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, kannst du ja auch machen. Aber ich will doch nur wissen, welches Pferd nehmen. Ja. Nehmen. Ja, das weiß ich nicht. Okay. Entschuldig. Ich hab so Bock grad auf so'n Generation 1 oder 1.5 Pferd, ne? Oh mein Gott. Wir halten diese Dings-Pony. Den Shire. Hü-hü. Schwach. Nein. Oh mein Gott. Diese, äh, ganz alten Pferde. Diese ganzen ersten Ponys in Star Stable. Da hab ich eins von, aber das ist halt... Ich auch. Ich hab das mit Lottie. Ich hab das mit Lottie. Oh. Ich hab diesen Fuchs. Aber ich glaub, ob das... Ich weiß nicht, ob das ein Fuchs ist. Ja, du verletztest das auch. Du hast auch gesagt, ein Fuchs, ey. Ich hab gesagt, den Zweiten... Ich hab halt die Nummer gesagt, ne? Man hätt auch mal nachzählen können. Also wirklich, hätt ich das aufgenommen, ne? Ich hätt so'n... So'n geiles, episches Video draus geschnitten. Ja. Schön. Ja, geil. Mann. Ist doch ein Spaß. Ja, hab ich schon gemacht, tatsächlich. Am Obgämisch. Ja, immer so. Was ich heute noch mache, oder... Ja, eigentlich gar nix. Mit Karotte ein bisschen leveln und mit euch, aber... Ich will eigentlich nicht mit Karotte leveln und Spaß machen. Oh Mann. Stiche, haarige Pony. Oh, geil. Die alten Rage-Polins. Boah, ich hab da... Nein, ich kann mir nicht schon wieder eins kaufen, Karotte. Warum hast du die nicht? Ich hab eins, aber das hab ich schon ausgelevelt. Das ist halt blöd. Und ich will halt leveln. Du bist so dumm. Okay. Du are dümmer. Ich kann... Ja, aber ich... Nee, ich guck da jetzt nicht nach, weil wenn ich jetzt nach Südhof gehe, will ich mir so'n Pferd holen. Und das machen wir nicht, weil ich gesagt hab, ich spare. Ich will dir die aber nur mal zeigen. Wie teuer sind die? Keine Ahnung. Ich geh gucken. Ich glaub' 300 oder 400. Wenn die 300 kosten, dann komm ich mir. Eins. Okay. Oh nein, ich hab... Ich hab das halt noch in dem Video gesagt, so... Äh, ja, ich möchte denn erstmal so den 21.000 sparen. Nein. Nein, 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 nein. Das ist ja auch das letzte Pferd dann. Weißt du? Ja, das hab ich letztes Mal auch schon gesagt. Okay. Stimmt, Spaß. Äh, bin damit mit deinem Pferd. Geil, aber ich muss eh gleich wechseln, weil so ne komische Carrot mich dazu zwingt. Ich find's so geil, so Carrot zu sagen, weißt du? Carrot. Alle cool Menschen. Also, ja, du bist ja... Ja, haha, ist spannend. Ich musste ganz kurz nachdenken, du bist halt ein Aus... 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 Ausfall. Oh mein Gott, das war jetzt gemein. Komm da gleich mal her. Nee, ich hasse dich. Ja. Nein. I don't like you. Du ach, äh, hässliche Carrot. Ich hab den Weißen. Das weiße, hast du den Welch. Was? Das weiße Welch-Pony. Well. Das... Das Alche. Ich hab das Alche Weiße. Ja, das hab ich auch, aber ausgelevelt, du Schlaumeier. Können wir doch jetzt auch kein Fett kaufen. Egal, so die würde ich springen lassen. Mann, das sind die kosten 300. Oh man, Emily, wenn die jetzt wirklich 300 kosten, ne? Ja, komm her. Du kannst lernen, wie noch fliegen. Haben die noch dieser Sättel drauf? Nö. Die sind noch... Nein! Ich wollte mir so einen Sattel mit hoch... Ich kann das auch mal... ...kaufen. Die kostet wirklich eine 300. Ja, die sind eigentlich schon süß. Ja, die sind halt echt... Und lass den, den schwarzen, den ganzen... Du kaufst dir auch eins? Was hast du gerade... Nein, was? Ich kauf... Ich würde mir auch eins kaufen, aber das war's dann auch. Das war's dann auch. Und dann kommt sie morgen auch noch so... Also, wir müssen noch so ein englisches Vollblut kaufen, genau, und dann müssten wir noch so ein kleines Joaquin Spawny kaufen. Und dann... Ich seh dich da schon. Ich seh dich da schon in dieser Rolle. Ich seh dich da schon. Nein! Doch! Nein, aber die sind wirklich süß. Die sehen aus wie... Aus wie ich, denn ich bin auch süß. Dreamy, ich brauche mich nicht. Nein, du bist nicht süß. Mimine, ich weiß nicht. Aber den Letzten, der ist so süß. Na, ich bin für dich, juck mich nicht. So, ich komme. Mira, ich bin übrigens... Ey, ich bin heute um... Jetzt kommt die Sorge, das so. um zwei Uhr aufgewacht wegen meinem Hund, weil der einfach neben meinem Bett stand und mich angeglotzt hat, gefiebt hat und gegen meine Tür, also meine Tür halt komplett das Gefühl zerfetzt hat. Ähm, und dann bin ich die ganze Zeit wach geblieben und ich habe nicht mehr geschlafen bis dahin. Also ich frage mich, wieso ich jetzt nicht müde bin. Aber du hast ein cooles Outfit, was so matchy-matchy ist, so... Matchy-matchy. Kommst du jetzt auch mal oder willst du... Ich habe keinen Bock auf dich so, weißt du, muss man auch verstehen. Komm, du bist ein Sieglas, oh mein Gott, ja, da bist du. Seh dich, Kieland! Nö. Komm. Die Neuen, die sind doch voll toll, na, schau sie doch. Die sind aber voll über Muskeln. Ja. Ah, geil. Ich will mir... Oh, bitte lass den holen, der ist am süßesten. Ja. Oder der grau. Aber der hier ist süßer. Ja. Geh doch mal aus dem Kaufenster raus, wir müssen bitte sicherstellen, dass wir das gleiche kaufen. Okay, warte, das ist der... Das ist der... Das ist der letzte von rechts, ne? Warte. Ja. Gut. Den grauen, der. Den grauen, Der graue ist auch süß, aber irgendwie wieder so, nee, nee. nee, der sieht aus wie ein Statuer. Ja, alle Pferde, die grau sind, heißt die Anna oder so. Nein, stopp. Also, ich habe eigentlich gesagt, aha. Was? Ich soll warten, warte, ich soll kurz warten. Wir warten kurz auf Emily. Emily, Emily, oh mein Gott, wir warten auf dich. Nicht kaufen. Okay, mache ich. Ich wollte eh nichts kaufen. Tschö, Anna. Ey, lass mal mit Lottie in den Talk gehen. Lottie ist jetzt auch da. Oh mein Gott. Lottie, kannst du talken? Äh? Lottie, Lottie, do you einen anderen Talk gehen, vielleicht auf meinem Discord-Server, wo nun? Ja, okay. Okay, Lottie, du kommst. Hallo. Aber dann kommen alle anderen rein. Nein, nein, die kann ich rauskicken. Hey, die kann doch einfach in drei Smashings gehen. Ja, meinte ich doch, du Schlaumeier. Meine Presse. Oh, das war ein Voice-König. Ach Gott. Nein, Lottie, du kommst jetzt. So, ähm, Carrot. Was? Ist das überhaupt Carrot? Ist das Carrot? Ach, shit. Warte, ich muss, ich muss einmal kurz was zu Trinken holen, weil sonst bin ich am Verrecken. Nein, ich möchte aber gar kein Pferd kaufen. Doch, du kaufst jetzt eins, weil du mir gesagt hast, ich soll auch eins kaufen, also kaufst du dir auch eins. Ha! Ich, 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 nein. Oh mein Gott, doch, ich hab einen von diesen Pullovern. Ich hab den, ich hab einen von denen. ich hab den, den Sanne armert. Ach, sie ist ja weg. Oh. Ich muss gekraschen. ich muss mir jetzt endlich mal meine Jogginghose ansehen, weil ich halt sie in dieser scheiß Dienst nicht mehr aus. Carrot? Ja? Ja? Ich muss einmal kurz den Titel von diesem Stream ändern, weil das ist viel aufregender, wenn da steht Pferdekäufchen. Aber ich möchte, ach. Doch, du möchtest. Du möchtest das. Hab ich kurz entschieden. Aber dann machen wir einen richtig coolen Namen. Nee, weißt du, hm? Machen wir auch noch richtig coolen Namen. Ja, du denkst, ich würde sowas habe ich verpasst. Und meine Oma war eben da, ne? Nee. Ah. Jetzt bin ich alleine. Ja. Wie fandest du meine Nachrichten vorhin? Richtig toll, Alter. Ja. Aber das schafft sie doch in einer Stunde wieder back in the house. Ja, stimmt halt. Mann, ich muss jetzt immer noch die Jogginghose anziehen, mein Gott. Feliz Navidad. Worauf warten wir? Oh, see it, boys, Chris. Worauf warten wir überhaupt gerade? Auf einen Baum. Ich muss kurz den Titel eingeben. Oh, la, 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 und wir warten noch auf eine andere Person. So, Pärtschen shoppen. So geht das. Was? Lass schon mal raussuchen. Also, wir machen Stute, weil es sieht aus wie eine Stute und erwachsen. Gibt's crazy? Nein! Kreise. Ey, ich war kurz aus dem Ding ins Haus, Oh mein Gott, der ist Delphi, wie wollte ich gerade sagen, Deli. Was? Wir machen Parkhandy, weil ich heiß, weißt du, äh, Kendall. Kendall. Das gibt's wirklich Parkhandle. Wie cool. Parkhandle. Shark. Ach, Shark. Ach, das ist doch so. Lottie denkt sich so, rip. Wir müssen Lottie ein bisschen mit einbringen. Okay, Lottie, dann kauf mit. Oh, sie hat kein Starquart. Ja, dann nennen wir das Pferd halt A. Das geht doch auch. A. Ja. Aber lass mal, lass mal, ähm, irgendwie, also, wir müssen mal zu dritt so ein Pferd kaufen. Irgendwann im späteren Leben mal, ne? Nicht jetzt. Und dann nennen wir das halt so gemischt halt. Keine Ahnung. Ja. So richtig krank. Okay, nennen das Pferd. Nein. Chocolate Chip. Ja, wir lassen das jetzt so. Okay, ähm, Senior oder welches? Warte, wie jetzt? Shark Candle. Okay, oder du machst dann Candle Shark. Äh, geht das? Guck mal. Candle. Shark. Lassi, denkst du so, was ist mit euren Star Coins? Ja, es gibt keinen Shark. Ja, dann mach einfach als erstes selbe Shark, um das Zeit zu kennen. Shark. Okay, Senior. Nein, Erwachsen. Meine Fresse. Hey, Hängstwaller, Stute. Machen wir jetzt Senior oder Erwachsen? Erwachsen. Okay, Stute. Warum ist die aus wie eine Stute? Ja, ich bin sicher. Okay, drei, zwei, eins. Eigentlich will ich das ja nicht. Ich auch nicht. Ja, das ist irgendwie rückgierig. Ist halt einfach zu spät jetzt. Leute, hier steht sie mit ein Partner-Outfit. Ja, gleich. Scheiße, ich hab sie in den Stall geschickt. Ach, du bist so dumm. Aber du hast doch auch das gekauft, oder? Nein. Doch, hast du. Nein. Ach, ich kenn dich, hast du. Nein, ich hab, ich hab das gekauft. Scheiße. Na, Karotte. Hast du nicht. Nicht dein Scheiß. Nein, ich weiß, hast du nicht. Ich glaub, wir kaufen die. Hä? Lade mich gleich mein Gen-Shel an. Mann, Scheiße, das ist doch voll dumm. Ich will dieses Pferd doch gar nicht. Das war halt ihre Idee, Hey, warum macht mein Reiter nichts mehr? Mein Reiter ist jetzt einfach nur noch da. Das Pferd ist doch verbackt, ey. Das Pferd ist richtig gar nicht. Das ist halt komplett verbacken. Es ist komplett verbacken. Oh, die Karotze. Ey, es ist komplett verbacken. Oh, shit. Ich möchte halten. Hätte doch eure Klappen, Alter. Ja, ist gut. Einzelmann, warum mache ich so was dummes? Weil du dumm bist. Ne, Lotti? Das ist so verbackt. Es ist nicht verbackt. Es ist for real nicht verbackt. Wetten? Doch, so verbackt. Ich komme gleich zu dir. Lotti, du kommst jetzt aber bitte mal online. Bin doch online. Nicht du, Lotti. Ja, schneller. So verbackt. Guckst dir an, wie das läuft. Ich sehe dich nicht. Ich bin auch noch nicht bei die. backt das bei dir nicht. Ich habe bei mir ist das Pferd nicht im Stall. Ich habe gekocht. Wieso habe ich immer noch dieselbe Anzahl von den Star Coins? Spaß? Okay, ich hab dich verarscht. Lass ich auch ein. Nö. Wie heißt du? Wer bist du? Wer bist du? Wer heißt du? ganz ehrlich. Ich glaube, mein Hamster jodelt. Mann, ich muss aber noch einen Vlog machen, weil das ist bei mir richtig verbackt, Mann. Lass mich erst mal gucken. We don't know, ob das Pferd verbackt ist oder nur ob es bei dir halt verbackt ist. Weiß wissen du was ich meine? Nee? Okay, juckt mich nicht. Herr guck, verbackt siehst du? Was backt denn? Bei mir ist das alles verbackt. Also so die Gänge und so. die Gänge sind richtig am Arsch. Scheiße. Nee. 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 Die sind verbackt, ne? Die sind halt richtig verbackt. Junge. Ich reite das nicht. Nein. Was ist das? Ich reite das Pferd jetzt nicht. Doch, reite es das. So ich auch nicht. Von alten Pferden. Ich reite das jetzt. Nein, das ist so verbackt. Ich dachte erst, du willst mich so verarschen, ne? Nein, wirklich verbackt. Ich bin jetzt in deinem Stell, guck dir das an. Den Pullover könnte ich mir auch kaufen. Guck dir das an, wie verbackt das Scheißding ist. Ja, das ist so schlimm. Lass das Scheier reiten, Mann. Ey, weißt du, Lotti, weißt du, was Emily gerade geschrieben hat? Nö. Hab Lotti noch nie so wenig reden hören. Jetzt red mal ein bisschen. Ich reite das nicht. Doch, du reitest das jetzt? Karotte? Das ist so verbackt. Ich reite das nicht. Nein, natürlich nicht. Ich nimm, dann lass uns das Scheier nehmen, aber das doch nicht. Hast du irgendwie noch so ein belgisches Warm Blut zum Level? Was? Lassen dort. Was? Was? Ich hab jetzt eh kein Wort, zu leben. Nee. Meine Zeit hat gerade ein Pferd gekauft, damit ich auch. nicht wieder. Ich habe noch wegen. als du. Nee, 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 nee. Okay, jetzt. Lottie, was sagst du so? Krass. Alles gut. Wir nehmen jetzt das Scheier. Nein, das hat Lottie nicht. Dann nehmen wir, welches hast du denn, Lottie? Keine Ahnung. Habt ihr die neuen Scheier einen von denen? Ja, aber den habe ich schon aus dem will nicht. Boah, doch sack. Hä, lass ich mein pfondisches Pony reiten. Welches? Äh, warte, hast du das da? Also ich weiß, na, es gibt viele braunlich. Ich hab halt nur den hier. Zeig mal, warte mal, welchen? Oh mein Gott, ich hab, ich hab so einen ähnlichen. Ja, dann nimm den. Aber ihr habt ja, ich nicht. Ja, du bist halt immer der Außenseiter. So gemein. Ist, streamst du überhaupt noch? Ja, oder? Ja. Das wird forever online bleiben. Aha. Wir wollten so ein scheiß Pferd kaufen. und das ist total verbarg scheiße. Ja. Ähm, Lemo, ja. Du wolltest doch das noch mit den anderen besprechen. Hm? Du wolltest das doch noch mit den anderen besprechen. Was wollte ich besprechen? Hä? Doch, ich soll Ich soll Ich soll Was wollte ich denn besprechen? Die sind ja richtig hässlich, aber ich finde das geil. sieht süß aus. Ja, oh mein Gott, die reiht im jetzt so Wollen wir ein Partner unterstellen? Ja, achso, war ich auch gemeint? Nee. Okay. Sie so ja! Ich weiß nicht, ich dachte alles scheiße. das warm rum halt. Warte mal, wer ist nochmal Amy B-Side? Halte, eine aus Lillifee? Ja. Wann kommt Lillifee mal zum CT? Warte schon einmal beim CT nur. Einmal? Ja. Cool, freut mich für dich. Hallöchen Emily! Okay, reicht. Hallöchen meine Lieben und Herr Kleid. Sie wird einfach Baby's Beauty Palace. Ja. Einfach und ich komme dann halt einfach mit Julian zusammen. Period. Oh, der ist so, nein, ich glaube nicht. Der ist ganz cringe. Der ist doch cringe, aber aber ja, du kannst ja jeden taste. Meins? Ah, stimmt, wir sind ja live. Ja, wir sind oh mein gosh, wie viele sind denn überhaupt im live? 13 Uhr. Hey, das ist aber zu viel für das, was wir hier labern. ich bin froh, dass keine 20 Leute drin sind. Was denken die jetzt von mir Mann? Lottis denkt schon, ich bin geistig gestört. Wer hat gerade meine Stallanfrage nicht angenommen? Welcher Spaß? sorry. Weil ich haben gefühlt schon 1000 Partner Pferde und vor allem diesen Snowman da, dieses Eastländer Ding und wir haben das nicht gelevelt. Ich hab das gelevelt und mein Ist das ausgelevelt? Pony, du hast das nicht gelevelt. Ich hab mein Pony schon auf Level 8. Keks, halt deine Fresse. Ich hab's auf Level 4, also dieser Eastländer ist auf Level 9 nur. Aber den konnte man noch im Winter leveln, das lag ja daran. Hä? Ja, das ist komisch, wenn du im Sommer mit dem Winterpferd rumreitest. Du kannst die unverwandelte Form nennen, Spaß. Okay, reicht. Sie wird richtig beleidigt. Du bist gar nicht online. Doch. Nicht du. Ah, doch, da. Jetzt kommt meine kleinen Knechte, sonst wird's... Warte doch. Warte doch. Hier ist voll. Er ist voll. Okay, das kann. Verratte bitte halt irgendwann mal in der Zukunft deine Klappen. 600 600 sind 1200. Wieso finde ich traurig, dass heute das Wochenende ist? Hey, jetzt muss ich Montagschule haben. Ja, dann wieder hast du und so. Ich weiß, aber war egal. Ferien, also Sommerferien. Sag jetzt nicht keine Ahnung und jeder guckt das nach. Ja, ab in 50 Tagen oder in 19 oder in 40 Tagen. Ferien. Sommerferien. Bei mir ist das früh. Ich habe halt irgendwie in drei Monaten. habe auch in drei Monaten. Hä, ich habe in eineinhalb Monaten. Oh mein Gott, haben wir verschieden. Das ist richtig schade. Nein, wir müssen Karotte alleine die Schule lassen. Wir werden sie so mobben, ne? Dafür, dass jetzt Flex, dass jemand schon wieder Sommerferien hat. Nein, oder meinst du Pfingstferien? Ne, kann auch nicht sein. Nein, du blöd, du sagst so, ich glaube, es hakt. Ey, ich bin schüttel, ich finde mein Scheiß. Keks hat sechs verdammte Wochen Pfingstferien. Wo wohnst du? Kann ich mal gucken. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Ja, aber warum hast hast du dein Sommerferien? Was denn? Herr Loser. Oh, sorry, das habe ich jetzt nicht gesagt. Alles gut. Man sagt nicht, es heißt Wied nicht. Ja. Was kann ich denn verkaufen? Man könnte jetzt mal mein Scheiß da kommen. Ja, warte doch kurz. muss kurz mein Geld zusammensuchen. Nein, in sechs Wochen. Ach so. Och Scheiß. Ich hab das innen vergessen. Oh my god, du bist so. Und du bist so. Ach so, sorry. Ups. Ich hatte kurz den Herzenverkehr, sechs Wochen Pfingstferien. und dann halt noch sechs Wochen Sommerferien. Ich bin da auch. Halt neun Wochen Sommerferien. Ja, aber dafür wahrscheinlich irgendwelche, dann fallen bei dir irgendwelche Ferien raus. Was machst du da? Jetzt gut reden, ne? Dass sie, weil sie neun Wochen hat und du das nicht hast. Ja, aber ich hab lieber sechs Wochenferien und danach noch die anderen Ferien, weißt du? Ich find's besser, wenn's so aufgeteilt ist. Dummer Sau. Hab zwei Wochen Pfingstferien, zwei Wochen ist auch schon viel. Zwei Wochen ist auch echt viel. Ich hab nur einen Tag. Ich hab nur einen Tag. Echt zwei Tage. Egal, ich hab Montag, kann ich schön zu meiner Reitbeteiligung um. 12 Uhr. Ist deine Reitbeteiligung Pony oder Pferd? Leider noch Pony. Also knapp Pferd. Ja, aber auch bei mir ist, glaube ich, 1,47 oder so, aber ganz knapp noch Pony. ganz, ganz knapp. Bei mir 43 oder 44, keine Ahnung. Welche Rasse? Deutsches Reitpony. Oh, die ist schon 26, Alter. Echt. Wie alt? 26. Oh, das ist aber auch schon ganz ein paar Jahre. Na, das sage ich. das sage ich. Die kann sie fressen. Warum? Sag doch gar nicht. Mann, ich finde meinen Scheiß. Ich habe gerade fast was was. Aber jetzt ich bin bei der Außenseite, Welches hast du denn? Bei mir platzen. Ich hab'n brauner. Du hast auch ne glatzte, du glatzkopf. Ah. Belize, wieder. Okay. Willi ist na wieder. Iiii, was ist das denn für ein hässliches Krabben-T-Shirt? Hä, das war knuffig, Alter. Da bist du das Herbert drauf. Der Günther, der Herbert. Ich hab' Herbert. Ich mag Herbert. Hat jeder das T-Shirt, dann können wir das mal anziehen. Nein, lass'n richtig hässliches Outfit machen. Nein. Mit der Krabbe. Und dann so richtig smash. Und dann so richtig smash. Aber ich hab'n Outfit mit der Krabbe. Was? Ja. Du musst kurz raus, so da. Komm her. Ja, ich muss meine Krabbe fahren. Also, ich zieh' das an. Hallo, komm mal her jetzt. Weihnachts-Sicherheit-Krabbe. Ich nehm' das. Hallo? Wie habt ihr das gemacht? Nein, du musst doch den Krabben-Pullover nehmen, du Volldepp. Ja, ich will den ja Krabbe. Lass' mal die weiße Decke nehmen. Und dann so das und das und das und das. Aber ich will ein hässliches Outfit machen. Nein, ich will kein hässliches. Das sind ja nicht. Ne, alles gut. Äh, was? Aber können wir eine andere Hose nehmen? Ich hab' die Hose nicht. Warum nicht? Ich hab' zu über. Hä? Aber wie? Mann dieses Dings ein. Diesen Code. Also, wie weiß ich, aber wie ist der Code? Ähm. Krabben an die Macht manchmal. Äh, äh. Ja, ist das scheiß Code. Irgendwas mit Krabbe. Krabbe. Ach, scheiß drauf, Alter. Mann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Irgendwer da nur. Irgendwelche irgendeine Leute, der draußen seid, könnt ihr das mal kurz reinschreiben. Irgendeine Leute. Dann geb' ich euch auch 10.000 Starbinds. Oh, boah. Okay, warte. Ich guck kurz nach. Ich guck kurz nach. Darf ich kurz nachgucken? Äh, das, ähm... Mach doch schneller, Lemu. Sonst schreibt es auf klein noch irgendein Folge. Nein! Das hat jemand geschrieben. Das heißt, Krabbe... 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 Wie kommt man auf so ne Scheiß? Ey, aber die ist irgendwie süß. Ey, der ist ungültig. Wie, wie schreibt man das mal? Hey, kopier doch einfach von... Von... Oh, weil wir unter der anderen. Da ist ganz viel mehr. Spaß, 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 Spaß. Ey, Lemu, mach mal... Film das mal so. Oder mach Bildschirmaufnahme. Wieso? Ja, ich will das... Ich dachte, wir mal ein Partner-Anschnitt mach. Ja... Nee... Nee... Ich mach doch jetzt. Die Fräse, du Fressbrett. Boah, ich hab mal richtig geil in die Lande einen Sattel gefunden. Das freut mich für dich tatsächlich. Dann mach mal. Nee, schön. Ich hab das Outfit und das nehm ich jetzt, weil ich's kann. Tschüss. Hallo, zeig doch jetzt den Code. Ich will nicht sehen, wie du Starsteam bespielst, Mann. Ich kann den Code nicht zeigen. Ich dachte, du wolltest das, hast du ja gesehen. Okay, dann halt dich. Tschüss. Dann guck einfach in meinen Stream, du Volldip. Kann man auch gucken. Nee, hab ich jetzt auch... Ja, da. Guck doch rein. Ja, guck du doch rein. Wie sie sich einfach bei mir beschwert. Machen wir halt kein Partner-Outfit, sonst ehrlich. Ich hab eh nicht das... Lassi, wollen wir ein Partner-Outfit machen? Ja, machen wir. So, dann hol ich mir immer diese weißen Schleifen. Also ich mein, Karotte möchte ja nicht mitmachen, deswegen machen wir das jetzt einfach mal so alleine. Achso, ja, die kann man schon mit. Oh, ich bin da schon. Hast du die Trense, die ich habe? Hä, mach ich mal. Nein, mit dir möchte ich nix machen, Karotte. Achso, mir wird der scheiß Stream nicht angezeigt, man. Der Chat. Oh mein Gott, ich dumm. Man hört sich doppelt. Mich auch. Ja, mich auch. Ja, aber... Mach den Stream leiser. Können wir jetzt bitte ein anderes Oberschreiben nehmen? Nee. Nein. Ja, das ist blöd. Nicht so blöd. Können wir nicht die andere schwarze Trense nehmen? Die hier. Weil ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt nicht das Bedürfnis... Die hier! Ja, die hier. Und dann den Hut. Also Karotte will ja eh nicht mitmachen, also... Nein, du willst ja nicht mitmachen. Ich hab schnell den... Und dann brauchen wir noch irgendwelche Bandagen, oder? Wollen wir die lassen? Ja, und die lassen wir. Mann! Warte, wir brauchen irgendwelche Schleifen. Äh... Warte, ich muss kurz... Die weißen. Die weißen geht eigentlich auch. Ich glaube... Also halt... Diese... Da wurde die ganze Zeit reingeschrieben, ne? Weißt du, diese im Globy, bei Lila, äh, ganz unten, diese... Okay, dann... Warte, bis... Tschüss. Die heißen einfach fertig. Ja, Heimatstall ist halt voll. Welche meinst du? Warte, kannst kurz im Stream gucken. Ja, warte. Karotte wird gemolken. Geh mal auf. Leider ist mein Ding... Geh mal ganz runter. So. Und diese Schleifen da mit diesem komischen Gesicht drauf. Keine Ahnung, was das ist. Äh, äh... Oh, nee, da muss ich mir wieder welche kaufen. Nee, das... Nein. Das mach ich jetzt tatsächlich nicht. Zummerleid. Also lassen wir die weißen? In einem unbekannten... Ja, Spaß. Ja. Ja, ähm... Karotte, die... Früllenusse, will einfach nicht kommen. Ne? Ach, ja. Ja, ein wunderschöner Tag heute. Mann. Können wir ein anderes Pferd nehmen? Nein, das ist... Nein, das Pferd ist süß. Aber dann sag mir doch wenigstens dieses... Lehm, diese Schleifen... Krab... Krab... Akku... Akku. Apo... Ja. Warte. Wie schreibt man da? Apo... Schreibt man das wirklich so? Äh... Krab... Äh... So den... Krabbo... Nein, ich will jetzt den... Den Schildstoss. So! Ich kann es halt nicht in den Chat schreiben. Warte mal. Das ist ein Brett. Was? Warte, ich guck. Ich seh nichts. Ja, warte doch. Ich kann es nicht schreiben. Oh... Ach... Das ist noch so ein komisches O. Ich weiß halt nicht. Äh... Das Ding hat was... Ich kann nichts lesen. Buchstabiert mir mal. Eins, zwei, drei, fünf, sieben und drei. Also... Ah, man kann ranzoom. Man kann ranzoom. Man kann ranzoom. Okay. Maka ranzoom. 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 Ich kann dich nicht einladen. Oh mein Gott. Nein, mach das doch... Mach das doch nicht wieder weg. Brauch das. Es ist halt unnötig, jetzt nochmal einzuladen, so. Am besten schaust du einfach zu. Das Ding halt ist, ja, wenn jemand raus ist, okay. Maxi, bleibst du, bleibst du, bleibst du? Crab. Crab O. Crab O. Crab O. Mr. Crab. Haben wir... Ja, Code eingelöst. Okay, Crab. Hi, Freida. Die Schleifen, die passen dort dazu. Naja, das sieht aber nicht so gut aus. Das sind so fette Oschi-Sleifen. Ihr seid auch fette Oschi-Sleifen. Was? Scream me like white teeth. Don't get me. Eeeh. Okay, wartet mal. Mann, aber das ist voll blöd, wenn ich das Falsche fände, Mann, das kippt. Scheißegal. Habt ihr diesen Schnurrbart? Ja, natürlich. Aber habt ihr alle... Habt ihr alle... Habt ihr alle den Schnurrbausch? Nehmt ihr die... Hä, wo... Die Karotte kriegt Nerven zusammen. Mann. Mann. Habt ihr alle... Ah, warte mal. Wollen wir so bleiben, dass Lottie jetzt die Frisur, die Lottie gerade hier drauf hat, in Braun lässt? Dann komme ich mit irgendeiner anderen von der an. Wisst ihr? Und Karotte... Ja, und ich nehm die in Pink. Ich hab die in Pink. Ja, okay, dann nehm ich die, die du hast. Und das geht. Oder die grauen, aber die passen gar nicht. Go. Aber warte mal, ich find meine schwarze Hose gerade ne. Wo sind die? Ja, aber ich frage mich nicht. Wow. Wow. Rar. 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 Was? Rar. 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 Schwarz, wie reich das auch mal? Rar. Mann, ich find die nicht. Stopp, die ist weg. Lama's present. Ich bin Ladybug. Bringe viel... Oh, ich hab sie gefunden. Das es geliebte. Rar. Wartet, 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 wartet. Warte, bist du so schnell. Rar. Ich muss noch den Sattel holen. Brüllen sie sich. Wieso nass jetzt hier einen scheiß Schleifen, Lottie? Die sehen scheiße aus. Nein, die sehen gut aus. Nein, das sind solche fettklumpigen Generation 3 Schleifen. Nein, das passt irgendwie nicht. Die ist voll... Die ist anders. Nein, nimm weiß. Das passt dann halt noch zur Decke, weißt du? Die Schleifen... Die weißen Schleifen wären die einzigen, die zur Decke passen. Sie hat halt wieder so einen scheiß Ohrwurm, Alter. Ja, Mann, mein Ohrwurm ist voll mit meinem Kopf. Nee, andersrum. Mein Kopf ist voll mit einem Vollwurm. Mein Kopf ist voll mit einem Ohrwurm. Mann, ich finde mein... Du bist mein scheiß Bad nicht. Man sagt nicht scheiße. Ey, guck mal meine geile Maske an. Also wenn er die jetzt nicht geil findet, ne? Nein, 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 nein. Oh, mhm? Okay. Das ist gut. Das ist jetzt forever und ewig unser Partner auch. Finde ich toll. Aber ich will ja noch nicht ganz lieben, aber ich werde dich. Ach, ja. Und es gibt auch irgendwie... Ich glaube, da gibt es noch so T-Shirts so mit... wo BFF draufsteht und so, ne? Ja. Cool. Aber ich brauche... Okay, ich... Oh ja, das war ein Wahle. Sie hat kein Interesse. Oh, stimmt. Stimmt. Ich muss jetzt... Ich mache jetzt ganz kurz... Ich hole ganz kurz meine Sache. Spaß. Sie hat doch jetzt uns... Sie hat doch jetzt uns. Ja. Oh, my God. Spaß. Ich esse jetzt eine Limpfkugel. Falls ihr... Limpfkugel. Nee, weiß ich doch. Lasset auf mich. Falls ihr jetzt ACMA wollt... Nee, bitte halt einer. Fress. Pfeffi lacht die halt, ne? Die lacht ja fast schon schlimmer, als sie macht. Aua. Das hat jetzt Schmerz... Das war jetzt schmerzhaft, ne? Ja. Aber ich weiß halt gar nicht, wo der Sache aus welchen Verhältnis kam. Das heißt, ich könnte halt echt lang dauern jetzt. Aha. Das freut mich für dich. Ja. Cool. Wie die halt gerade geschmatzt hat, ne? Kommt ihr jetzt eigentlich auch noch mal? Mega Video. Danke, das ist ein Livestream. Das heißt, wir reden gerade wirklich so. Also das ist kein Video. Das ist nicht geschnitten. Naja. Tatsächlich nicht. Scheiße. Warum, weil wir so blöd reden, weil wir so... Ich glaube schon. Aber bei mir würde Toss mal dieses Piepen kommen. Ja. Ich war früher... Das ist Emily, Alter. Was hast du früher? Nee, ich war es gut. Ich sag's jetzt übernimmt. Neckenmeckenpferd ist wegen Magic Moment ausgelevelt. Cool. Neckenmecken. Nicht gegen dich so. Du meinst, ich glaube, nein, mein Pferd ist Neckenmecken. Das ist gut. Neckenmeckenpferd ist wegen Magic Moment ausgelebt. Was geil wäre, wenn wir drei so einen lustigen Song machen und der dann irgendwann, wenn ihr Disco geupdatet wird. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt sehen wir so mit dem besten Autotune. Wir so, ja, meine Pferd. Ich seh uns da irgendwie schon. Die Kissen wollten eigentlich beide S sein. Warum versteh ich das jetzt nicht? Sie sollten beide ein IS sein. Hä? Nei... Neisen. Nein, da steht... Meisen. Neckenmeckenpferd. Norm, hallo. Guck mal. Neckenmeckenpferd ist wegen Magic Moment. Oh yeah, oh yeah. Meckenmeckenpferd. Kommt ihr jetzt auch noch raus? Ja, ich bin noch recht fertig. Ich hab heute keinen Bock auf Lottie... Äh. IS ist die Mehrzahl von I. Was? Äh, was? Ne, sorry. Das hab ich jetzt eben nicht verstanden. Auch nicht. Meckenmeckenpferd ausgelevelt wegen Magic Moment. Meckenmeckenpferd ausgelevelt wegen Magic Moment. Neckenmeckenpferd. Neckenmeckenpferd. Bitte lass diesen Stream einfach nicht online, bitte. Meckenmeckenpferd. Neckenmeckenpferd. Neckenmeckenpferd, ja. Also Emily, du bist richtig genial. Wegen dir schreiben wir jetzt einen Song. Neckenmeckenpferd. Neckenmeckenpferd. Neckenmeckenpferd bei Magic Moment ausgelevelt. Ich hab' das gesetze. Wow. Easy Flo-Fan. Easy Flo-Fan. Wir lieben dich. Vamos a la... Ja, 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 ja. Also wenn du ein Ohrpum hast, dann singst du richtig. Dann schwarz ich singe eigentlich. Danke. Ey, meine Nachbarin heißt einfach, break it all. Aber man nennt sie ja nicht umsonst. Brigitte, die... Das hat mich gefällt nicht so. Brigitte, ich hab den Sassel gefunden. Und jetzt bin ich auch schon sehen, ob es verlässt dich. Nein, Mecken nervt nicht. Es heißt... Warte, ich bin gleich da. Ich muss ganz kurz noch meine Sassel wiederholen, weil... Mein Biola heißt Kurt. Kurt ist gut. Boah. Darf man mitreiten? Ja, natürlich. Kannst du... Aber mit dem Couch auch richtig, mit dem Kurt. Mit dem Kurt? Boah. 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 Ich muss noch die pinken Haare dran machen. Ist das wenigstens so ein ehrenwerter Lehrer? Weißt du, das ist der, der letztens so random und cringe gesagt hat? Was hat er gesagt? Der hat so random und cringe gesagt. Boah. 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 Okay. Oh mein Gott. Boah. 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 Mann, wer auch immer das Fremdchen hat, danke für den Bedrohnen. Alles wegen Emily. Echt, Emily, ich glaub's hakt. Nickenmeckenpferd, wegen Mittigmo. Also echt, ich glaub's hakt. Also, Leute, wir machen das so mit dem Ton, also wir müssen das so ein bisschen meddeln. Nickenmeckenpferd, ausgelassen. Ausgelevelt, wegen Magic Moment. Oh my god. Nein, du musst das richtig krass singen. Da geb ich doch jetzt nochmal 100 Star Coins für aus. Lainu. Ja. Können wir bitte die Schleifen weglassen? Was? Können wir bitte die Schleifen weglassen? Mann, beide reden! Können wir bitte die Schleifen weglassen? Nein. Ich rede eigentlich gar nicht mehr. Bitte. Lottie. Bitte. Bitte, Levo, bitte. Bitte, 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 bitte. Nein, Schleifen sind wichtig. Lottie, rede. Aber ich, ich, ja, ich... Bitte. 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 Hast du keine Zitate auf deinem Discord-Stand? Doch, hab ich eigentlich, aber... Bitte, Levo. Die sind verschollen. Und bitte, Lottie. Mach jetzt... Kann ich einen neuen... Hä, wieso ist das dann echt? Jetzt... Okay. Ich hatte das eigentlich, aber wahrscheinlich hat es irgendjemand gelöst. Bitte. Bitte ohne Schleifen. Bitte. Nicken, 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 nicken. Bitte. Ich kann so ein Bibliotiner-Lied sein. Das ist halt wirklich so. Nicken, nicken, nicken. Bitte. Ah, doch, weise Zitaten von Lemu. Infos, bei Infos. Ich kann auch da fahren, weil ich hab sechs Gis. Wie war das, wenn ich schöne Dinge, du Gis? Karstadt, hier. Karstadt. Ich bin auf Karstadt. Karstadt, ich bin gleich da. Karstadt. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Karotte, Karotte, nächste Teile. Ich kann Kicken transportieren. Was? Ich kann Kicken transportieren, weil ich hab sechs Jorvik-Schillinge. Was? Ja, warte, ich hab mir schon mehr. Nicken, nicken, nicken. Emily muss einfach nur schreiben und dann haben wir ein Lied. Was ist euer Lieblingsfigur in Marvel, meines Loki? Loki ist schon Smash, weil mein Hund auch Loki heißt. Loki ist halt älstrische Smash. 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 Das ist bei Infos, bei Infos der unterste Kanal. Da steht weiße Zitate von LEMO. Ja, cheers. Wir sind keine Infos. Nicken, 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 fäh. Bitte, bitte, bitte. Und nochmal, bitte. Tiefkühlpamfritte. Bitte. Bitte. Ah, weise Zitate von LEMO. Ich found it da. Leute, können wir bitte, 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 bitte die Schleifen weglassen, bitte. Nicken, nicken, fäh. Bitte. Nee. Wie schreibt man Emily? Ja, okay. Bitte. Mach die Schleifen weg. Emily. Bitte mach die Schleifen weg, ihr süßen Kleid. Ich weiß nicht, was du hier sitzt. Na geil, schreib ich jetzt mal falsch sonst. Emily, schreib mal mit E. Ich dachte jetzt mit A. Und E-E-M-I-L-I-E. Dumme Sau. Nicken, 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 fäh. Ausgelevelt wegen... Ausgelevelt? Nicken, nicken. Oder, oder, oder. Ich kann, ich kann Kanken transferieren. Sind wir immer noch live? Nee, weißt du. Nee, weißt du, Karate? Oh. Oh. Ja, oh. Oh. Du hast jetzt planen, was halt schon okay. Ja, egal. Die wissen eh schon, dass ich crazy, crazy, crazy bin. Die kennen dich halt eigentlich noch gar nicht. Tschüss. Hey, hey, Lingu. Das hat jetzt so weh. In meinem Herz. Das hat mir mein Herz gebrochen. Mach die Schleifen, du wirst. Ich hab die doch weg, du voll... Wo, 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 wo? Was sollst du die machen? Mecken, mecken, fäh. Mecken, fäh, ist gelaufen. Was? Wo seid ihr? Ähm, es ist... Oh my god, was? Ich hab ein anderes Frank genommen. Lachie, bitte mach die Schleifen um. Gegen Baum gerannt. Ich bin gerade voll gegen einen Baum gerannt. 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 Hey, Leute, wo seid ihr? Ich hab jetzt gar keinen Schleifen dran. Weiß, I'm on Hollywood. We are in Hollywood. There is your stable, too. Ich hab doch meine Schleifhahn waren die besten. Nek-mack-mecken-ferne-de-denk- 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 Hallemo, wo bist du? Ich bin weg vom Fenster. Oh my god, I hate this. I hate this so bad. Sie können halt so eine Amerikanerin sein. Oh my god, hi guys and welcome back to Digitalos. Oh my god. Oh my god. Oh my god. But this is gourd. Hey, gourd is my lipids, but I love gourd. Oh my god. Oh my god. Es ist so peinlich, man. Denkt euch, statt dem K einfach ein I. Na, das Ding ist, es ist lustig, weil wir jetzt wegen dir so einen richtig geilen, ähm, Dingens haben. Lass. Wie nennen das Lied, äh, Nek-mack- Nek-mack-ferne-de-denk-mack-ferne-de-denk- Nek-mack-ferne-de-denk-ferne-de-denk- Und dann noch... Nein, das ist gut. So, Disco. Oh, lass mal zu Disco gehen. Statt dem K einfach ein I. Oh, jetzt komm ich gar nicht mehr mit. Kommen wir mit zur Disco! Kommt mal zur Disco, ihr Kleint, umso. Auf welcher Ecke kommt der zur Disco? Hallo, Amelie, love Heather. Hallo, Amelie, we love me. Ich komme in den Stream und das Einzige, was man hört, ist... Das tut jetzt weh, Leni. Das hat mir mein Herz gebrochen, dass ich hier vergessen werde. Wurde. Ich glaube, es kackt. Ich glaube, es kackt. Das ist okay für mich. Sorry, Amelie, aber... Äh... Karotte ist halt dabei, ne? Wir sind halt zu dritt. Hä, ist die Disco nicht an? Welcher Tag ist heute? Heute ist Freitag. Ist die nur Samstags? Bin ich doof? Dumme Sau. Hä? Wäre doch immer freitags. Oder muss ich ein Vlog machen? Ich muss ein Vlog machen. Ich muss ein Vlog machen. Mal kurz ein Vlog. Ich gehe jetzt auf. Tschüss. Mecken, mecken, fein. Ich gehe jetzt zur Disco. One, two, three, four. I say Disco, you say Party, Disco, Party, Party. Ich gehe zur Disco. Wer kommt? Der ist die. Ja. Hä, was? Nee, alles gut. Paul, Günther. That's a guard. Also, Günther ist ja mein bester Freund und wir sind im Moment in einer offenen Beziehung und wir verstehen uns sehr gut zueinander. Also, mir tut Amelie jetzt ein bisschen leis. Aber es gibt ja so ein paar Probleme und ich kann halt einfach nicht mit ihm reden, weil er rennt dann immer von mir weg, weil Günther... Hier ist... Warte, Lottie, Lottie, Lottie. Hier ist Günthering. Hier ist just a Günther. And I guess he should talk to me because he is my, my Günther. Hi, I'm my Günther. I'm Günther. I'm the friend from Lottie. Hi, I'm Günther. Können wir jetzt bitte mal leise sein? Ticke. Das wäre so, als würde ich gerade so eine Audio auf Englisch anhören müssen in der Arbeit, weißt du? Alle reden durcheinander, man versteht gar nichts. Ich mag Leni jetzt übrigens nicht mehr, weil Leni trägt kein Krabbenshirt und Leni hat mich vergessen. Ja, kann ich auch verstehen. Aber das tat jetzt noch mehr weh. Wow. Irgendein Creepy aus der Klasse hat mir gerade geschrieben. Guckt er den Stream an, wenn er den Stream anguckt, ne? Dann gehe ich mich vergraben. Keine Sorge. Und jetzt guckt er so dem Stream zu. Hallo, ich bin der aus der Klasse von. Soll ich mal den Linke nicht in meine Klassengruppe schicken? Nein, nein, wenn du das machst, dann kann ich dich nicht mehr als jetzt schon. Ich muss ja, ähm, ich muss ja unerkannt bleiben. Ich will ja nicht, dass die dann, also die finden dann ja auch meinen Kanal und das wollen wir ja nicht, ne? Ich mache extra so Werbung. Ja, gehen Sie zu Lotti. Lotti, äh, wo? Ich lasse es lieber. Ich habe jetzt einen Ohrruhen von einem Lied, was es nicht mehr gibt. So, wann dort jetzt? Heike Gau. Was soll denn das jetzt? Also ich glaube, es hakt. Ich muss meinen Ton ausmachen hier. Schickst du den jetzt in den Link? Genau. Schickst du den jetzt in den Link? Kami! Wo ist dein Gehirn? Ah, die sind zu groß! Schickst du laufen! Oh mein Gott! Tanja, Casal Night! Tanja, was machst du denn hier? Oh, Iiii! Tanja, was machst du denn hier? Was machst du denn hier, Tanja? Oh, Drabine! Ich glaube, er geschüßt war ein Blut. Drabine! Auch getackt! Sieht irgendwie ganz falsch aus, Alter. Du, ich bin nicht mehr zufrieden mit Günther, deswegen klär ich mir jetzt dein Pferd. Tschüss! Ist das dein Pferd? Ne. Doch, doch. Doch, weil das ist mein Pferd und deswegen muss das dein Pferd sein. Hallöchen! Nein! Das ist nicht mein Pferd! Weil ich halt einfach, dass es dein Pferd ist. Nein, du dumme Sau! Nein, du mein Pferd! Und das ist mein Pferd! Das ist mein Pferd! Mann! Ne, du mein Pferd! Mann! Oh mein Gott! Was? Looking for Schrott! Ah, Mann! Ein Pferd! Was? Nein, ich will das nicht! Man kann jetzt einfach laufen, wenn man, äh, Emotes macht und läuft nicht auf der Stelle! Mann, das ist schade! Ach, ne, das ist doch scheiße, du kleiner Pferd! Guck mal, man läuft jetzt einfach auf der Stelle! Mecken, Mecken, Sie! Ach, ne, das ist doch scheiße, du kleiner Pferd! Ne, das ist wirklich! Anna Wanderer! Oh, wer sind denn die? Oh mein Gott, Alter! Ey, Leute, lass mal eine Dreier-Hochzeit machen! Dreier-Hochzeit! Ja! Oh Mann! Mit Karotte! Ja! Wer ist Karotte? Nein! Ich möchte das machen! Ich heirate, du musst Pferd! Und ich heirate schon! Keine Sorge, Amelie, es läuft eigentlich nicht immer so ab! Ich mach jetzt deinem Pferd einen Heiratsantrag, du mir! Der Mecken, Meckenpferd! Genau! Der neue Pferd! Mecken, Meckenpferd! Warte mal, was? Was mach ich? Ey, Karotte! Jemand hat geschrieben, oh Gott, also, halt deinen SSO-Namen, ne? Kann ich nicht aussprechen, küsst Leben! Mann, immer bin ich allein und mach gar nicht! Ich hab's nackt bei euch! Geh jetzt in die Ecke, weinen, Busch! Juhu! In die Ecke! Ich geh jetzt in die Ecke, weinen, in den Busch! Kannst du das beschreiben? Die Situation von Demos, Pferd und Mia, also ich würde mich gerne halt mit, ähm, Fridolin und... Was?! Er will halt nicht, also er würde... In den Busch! ...so mit mir reden, aber... Du willst mit dem in den Busch? Hahahaha! 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 Nein, guck mal, dein Pferd, Fridolin, das ist ja ein Süßer, ne? Aber der kann halt nicht mit mir reden, und ich würde halt gern mich mit ihm austauschen über alles. In nem Busch! Hahahaha! Ja! Aber er, er kann halt nicht mit mir reden! Glaub ich... Und dann willst du mit ihm in nem Busch reden? Ja! Hahahaha! 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 Mal schauen, was ich noch beigibt! Hahahaha! 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 Ich setz mich jetzt in dieses Kreisezeil hier rein! Hahahaha! Hahahaha! Hallo, ich bin im Busch und heule, und Heiner, kommst du mir? Tja, da musst du dir mal was so... Warte mal, du bist ein Busch! Der ist immer da, wenn du ihn brauchst! Hahahaha! 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 Hと思います! Oh mein Gott... Du bist so ha Thayuh alt! Ich sag's dir ja! An die duern nicht wirst... Wagstuhl antrin, woher dein dasselben echt seihehaha! Nein, und ich runter keinen... Vor squats action zuart. Ich dasteig gern ja, woher das ist mit Wasser похож... Oh mein Gott, du gehst irgendwie allmählich zu weit. Es wird aber auch mal... Wie nochmal auf Scheiss ein Mähuren ist. Hahahaha! Oh mein Gott, du gehst wirklich einen W偷g verringen! Es wird dich nicht an��를 anَّفraj Flowen, nicht? Ich kann einfach nicht mit ihm wegrennen, weil, ähm, es ist ja nicht meiner, so. Oh no, ist, oh no, ist die geile Karotte. Demo, kannst du mal bitte, warte mal kurz, Demo. Du musst mal Wildfährt-Modus machen. Demo. Was muss ich machen? Du musst Wildfährt-Modus machen und dann, ähm, so rennen. Aber warte. Mann, warum lasst ihr mich immer noch raus? Wenn mein, ähm, mein Baby Fidolin will hinterher rennen. Er mag dich nicht, Alter. Doch, er mag mich, sei leid. Nein, er hat gesagt, er liebt jemand anderes. Schön für mich. Genau, wollte ich gerade sagen, und zwar Karotte. Er ist in meinem Besitz. Hi Barbie. Hi Kat. Oh my God. Demo, wo bist du? Ich brauche jetzt Fidolin. Er muss mich jetzt mental... Fidolin hasst dich, Alter. Ja, Fidolin ist der reizte Ehrenmann. Aber er mag halt... Das kann man auch nicht verstehen. Ja, er mag halt mich und deswegen, das müsst ihr halt akzeptieren so. Es tut mir auch leid für euch, aber Fidolin ist halt einfach meiner. Ey, die schreiben gerade alle im Chat über mich. Cooine. Stopp. Und in der Busch... Das war jetzt Lotte. Fidolin ist kaputt. Ey, guck mal schnell, guck mal schnell in meinen Stream. Au. Fried, ich muss Fidolin abknutschen und ihn verheilen. Du bist... Lass mich in deinen Stall ein. Sofort. Mann, wo seid ihr? Soll ich mich jetzt in den Busch gehen, oder was? In der Phase braucht er mich als mentale Unterstützung und ich brauche ihn auch. Wir brauchen uns jetzt. Wo seid ihr, Mann? Nimm, lad mich jetzt in deinen Stall ein. Mann, wo seid ihr denn, ihr Kleinen? Karotte, ich komme dich unterstützen. Oh my God, you're so cool. Mann, die suchen mich ja an. Ich habe richtig viele Fans schon. Halt, ehrlich. Naja. Muss dann wieder auf. Ja, bis dann. Na dann, tritt euch doch mal in den Busch. Bombastig sein. Friedolin! Ich habe dich so vermisst. Komm her, mein Baby. Bleib jetzt stehen. Beifuß, Friedolin. Hände hoch. Du hinkommst mir nicht. Bleib jetzt stehen. Bleib jetzt stehen. Und weg. Läufst du los, Friedolin. Ich habe das Herz, dass ich dich verfolgen muss, damit du mich abknutschst. Was? Das geht zu weit. Nein, das geht nicht. Oh my God, ich habe viele Freunde. Ich und Friedolin, die haben halt beide einfach unsere Bedürfnisse. Bei mir auch. Und da kann ich keiner zwischenstellen, Nemu. Bei mir auch. Okay, ich springe auch. Okay, ich sehe. Hände hoch. Du entkommst mir nicht. Du entkommst mir nicht. Bleib jetzt. Du entkommst mir nicht. Und ich bin mit dir. Friedolin. Du bist mein Friedolin. Er ist weggaloppiert. Er ist mit dem gleichen Gescheidung. Ganz ehrlich. Lass uns in Ruhe, du Ketzer. Nee, also wirklich, der hat es mich nicht verdient. Nemu? Ja? Ich weiß ganz genau, wo du immer hingehst in dein Verschreckchen. Was? Aber ich komme ja hin raus. Du kriegst noch mal einen Klaps auf dem Hintern. Der arme Friedolin, der wollte doch nur in den Brust. Okay, nein, okay, nein. Okay, nein. Ich lass den Stream online, okay? Ja, streamst du noch? Ja, der ist die ganze Zeit fragt. Mann, das ist voll peinlich. Ja, wow, hätte ich ja nicht gedacht. Hallo, der coole Frosch. Oh mein Gott. Stimmt. Sie hat sich selbst so einen richtigen Wolken-Ding ausgekotzt. Ich wäre mir jetzt Karottes-Pferd, auch wenn das nicht so Smash ist. Ja, natürlich. Warte, wie heißt der? Hey, der coole Frosch. Wir haben gerade von Fröschen geredet. Karottes, dein Pferd heißt Köte. Köte? Und ich kenne mir jetzt Köte. Ja, klär dir das mal. Lotti, musst du jetzt gehen, du hast nämlich morgen eine Schulung. Hallo! Ja, also, ja, Lotti wollte halt mit Friedolin in den Brust. Aber die doofe Lemu hat mich abgerissen. Das machen wir heute auch, obwohl wir halt beide einfach unsere Bedürfnisse haben. Wenn wir gerade das Bedürfnis haben, zusammen mit dem Busch zu gehen. Was macht ihr denn im Busch, hä? Ja, was macht ihr denn da? Herr Karottes, was machst du da mit deinem Pferd? Also, wirklich. Das ist ja hier schon ein bisschen viel Körperkontakt. Und ich auch ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Ja, du steckst in meinem Pferd drin. Ich weiß, mein Lachen ist scheiße, ja, aber meine Lachen, sorry. Willkommen zu einem Everyday Make-up-Routine. Jetzt weg, tschüss. Hey, Leute, herzlich willkommen zu meiner Make-up-Routine. Lotti, also, Friedolin hatte kurz, äh, ja, nee, ich sag's lieber nicht. Moment, Moment. Ähm, er ist jetzt beim Brunnen im Busch, also, du kannst da gerne zu ihm. Ja, ich bin ganz alleine. Ja, du darfst sie. Aber komm, komm, du Opferpferd, bleib hier stehen. Ich geh jetzt mit meinem Friedolin und stein mir. Und wenn er... Und was gönnt? Dann scheiden wir uns wieder. Ich hab grad dein Gönst. Friedolin, ich sag alle Lachen. Lotti, Lotti, ich hab grad verstanden, dein Gönst. Hallöchen, wie geht's denn so? Demo, du musst ihn weiterhin in den Busch stellen, das ist zu auffällig hier. Wie stehen die da hinten? Wir haben ein bisschen mehr Fieber zu werden. Nein, das sieht nur der Fall aus Kini. Nein, hier ist ein größerer Busch, da habt ihr mehr Platz. Ja, irgendwie, das ist, glaub ich, besser. Ich glaub auch, ganz ehrlich. Ich will das nicht mehr. Meine Stimme, ne, ich find meine Stimme, aber ich weiß ja nicht. Die ist heute... Was macht ihr da im Busch? Emo, kannst du bitte den Stream nennen? Ähm, Lotti knutscht mit Friedolin im Busch. Was ist mit mir? Bin ich wieder alleine? Nein, Karotte, du bist eine smashere Person, weil Lotti braucht grad, wie gesagt, ihre Privatsphäre und das ist ein bisschen... Ja, das ist nicht okay. ...bisschen sus. Ich brauch hier mit Friedolin jetzt grad mal meine Zeit. Das gibt's doch falsch, was ich verstehe. Und ich verstehe, die gibt es nicht. Oh, ich krieg keine Luft. Die sind alle komisch. Wie die halt alle da mit in den Busch chillen, ne? Findest du das auch so traurig? Ich finde auch, wir sollten auch... Hey, Sophia. Hashtag Lottis Privat... Ja, ihr könnt alle lesen. Ist Friedolin ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge. Und Lotti ist ein Mädchen... Oh mein Gott, Alana Candleplover hat mir geschrieben, Karotte, kannst du dir mein Pferd klären? Der will nur dich. Oh mein Gott. Hallo, und was ist mit mir? Lemo, du kannst... Äh, du kannst mein... Äh, Günther haben. Mein Girl. Nein, mein Pferd. Wo ist dein Pferd? Ist das dein Pferd? Na, komm her, du Halleschnitte. Nichts, top, Friedolin. Nee, bist ihm nicht genug. Äh. Oh mein Gott, die heiraten... Nein, die heiraten nicht. Die haben so ein bisschen Privatsphäre. Ich würde heiraten, Leute. Also nein, guck mal, die brauchen so ein bisschen Privatsphäre. Äh, Leute, wo bist du hin? Hey, ja, lass jetzt mal für Dritte heiraten. Nein, guck mal. Warte mal, ich muss mal kurz... Ich muss mal kurz mein Pferd absuchen. Ähm, Karotte heiratet... Äh, mein Pferd und Lemo heiratet... Äh, wonach? Oh. Und, also guck mal, ich heirate, äh, Friedolin. Karotte heiratet, ähm, Günther und Lemo heiratet, ähm... Mein Pferd heißt Werner. Nein, es heißt Kröte. Okay, Kröte. Komm, wir müssen die in so eine Reihe stellen und dann heiraten wir die alle. Dann kommt mein Pferd. Wo ist mein Pferd eigentlich? I have lost my Pupsgericht. Ah, da. Hier stellen wir uns hin. Mein Pferd kommt in die Mitte. So. Stellt euch mal neben mich. Ihr kleines Witzgericht. Nee, Pferd, ich will dir jetzt nichts zu trinken geben. Das kann, darf ich nur bei Friedolin. Du bist nur eine Ersatzleistung. Oh, ja. Friedolin ist der wahre. Ich sag's euch. Was wollen die hier alle von mir, Alter? Ach, vor uns sind wirklich alle Spaß. Nein. Ey, Leute, ihr sollt eure Pferde da an die Schienen stellen. Wir wollen heiraten. Geheiratet mit wem? Und wer geht da das in den Busch? Oh, Lotti, du musst mit... Ey, Lotti, Lotti, du musst mit, äh, Friedolin in die Flitterwochen. Ja. Aber hier steht, warte, Leni, du musst mal kurz dein Pferd da wegnehmen. Und was ist mein Ehemann? Oder wer ist mein Ehemann? Was ist, ähm, du musst Karottes Pferd heiraten? Nein, das ist scheiße, das Ding. Dann heiratest du mein... Aber Karotte kann ja nicht ihr eigenes Pferd heiraten. Nein, ich heirate schon, ähm, schon Dings. Leni. Du musst Karottes Pferd, du... Wisst ihr was? Ich heirate einfach kein Pferd, ich heirate gar keinen. Ach, Leni, du heiratest kein Pferd. Nee. Ja, komm her. Ich erkenne Friedolin immer, das ist Friedolin, das ist mein, mein Baby. Mein Baby. Und wie warst du im Busch eigentlich? Wie war es eigentlich so, wie war, wie war es so im Busch? Ich kann Friedolin nicht mit dir. Der ist aber ein bisschen zu groß für dich. Was heißt das? Wie geht das so jetzt kommen denn? Ja, ist gut, ich habe nichts gesagt. Ihr seid so witzig, ja? Mein? Er ruft doch hier wieder nach Fried... Ja, ja. Nee, ich rufe nicht nach Friedolin, er ruft nach mir, weil er nicht so austral findet. Leni, du musst Karottespferd heiraten. Kröte. Ja. Kröte liebt dich und du liebst Kröte auch, das habe ich jetzt gerade mal so entschieden. Ja, und ich heirate jetzt... Dann rennt nicht bei seiner Hochzeit weg, das ist unhöflich. Dann gehe ich halt weg. Ich heirate jetzt Friedolin. Nein, komm her, Lemur. Nein. Ich heirate die Krabbe. Wie wäre es mit der Krabbe? Nein. Nein, ich möchte nicht, ihr scheiß Fett. Das ist wunderschön. Und wenn ich dir die Augen würde, dann würde ich dir auch ein altes, super, wunderschönes... Äh, aber wenn das... Ich kann Gertrud heiraten. Dann haben wir jetzt... Gertrud haben wir halt ein Koppeldate jetzt. Ein Dreier. Okay, nein, ich weiß nicht. Ja, ein Dreier. Lemur, komm jetzt her. Okay. Mami, wo seid ihr denn? Ich tue mir halt leid an alle, die ich noch nie gesehen habe und die jetzt halt ein Lachblasch bekommen. Also, es ist nicht immer so. Lemur, guck mal, das ist deine Kröte. Das ist deiner. Also, Kröte, du siehst verdammt scheiße aus. Also, ne, ne. Du musst nicht kröten. Könnt ihr bitte aufhören, so witzig... Ja, ja. So witzig... Am Ende stirbt hier noch jemand. Ja, ich... Wegen dem Lachblasch. Das ist immer noch leid. Ja. Aber, wenn es nicht ist, kann Getrude heiraten. Ich bin leider nicht. Ertrud. Achso. Ich bin leider auch. Nein, ich tue Mama. Also, ich heirate niemanden. Ich muss jetzt leider, ähm, nach Hause. Ich habe schon meine Liebe des Lebens gefunden. Ich und Fridolin, wir sind einfach füreinander geschaffen. Also, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Weil, also, das hat sich zusammengefunden und das da... Zusammengefunden? Warte mal, was? Bombastigen Side-Eye. Das ist so festgewachsen. Oh my God. Das tut mir leid. Das wird sich halt wieder lösen. Oh, das war jetzt richtig sus. Ach, du Scheiße. Oh my God. Oh my God. Hey, könnt ihr jetzt mal füreinander tun? Lemo, jetzt geh mal zu Kröte. Er liebt dich. Ja. Ich liebe ihn aber nicht. Doch, du empfindest auch so für Kröte, sonst wird er sauer auf dich. Lemo, du hast die Fridolin. Alles zweifach. Ich empfinde halt auch nichts für... Ich mach das jetzt. Also, der coole Frosch ist echt ein cooler Frosch. Also, wann beginnt die Hochzeit? Jetzt? Sofort. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Das Zweite. Tschüss. Leni ist Trauzeuge. Na, komm, du lieb. Komm. Lemo. Komm, du hast mir viel heute geklaut. Komm, wir reiten hier her. Ich glaube, es hakt sich. Leni, du lieb, mein Baby, wo fimmst du? Ich traufe dich. Ich glaube, es hakt. Ich glaube, mein Hanfster jodelt. Das habt ihr jetzt hier schon mal ernst zu nehmen, wenn Fridolin einfach weg ist. Amelie, als ob du immer noch zuschaufst. Eine Kakastrophe. Eine Kakastrophe. Das ist eine sehr große Kakastrophe. Kleine Verräter. Kleine Verräter. Du hast mich da beim Champi, ne? Was? Ja, ne, die arme Lottie. Sie hat mir einfach mein Fridolin geklaut. Ich teile mich. Ach, lass dir. Danke, danke. Fridolin ist... Äh, äh. Stier. Nein, du sind. Fridolin. Hey, wann beginnt das? Wie spät ist es? Hä? Mein Gott. Ja, ich weiß auch nicht. Äh. Wenn hier jetzt so ein... Na, ich sag's nicht. Fridolin, du hässliche Wurst. Fridolin, Fridolin. Wenn du jetzt nicht vor Lottie wegrennst, wenn Lottie uns kriegt, ne, dann kommst du zum Metzger. Dann wirst du zur... Dann wirst du zur Hanswurst. Nee, also wenn er mich jetzt nicht runterwirft und wieder zu mir rennt, dann ist er das auch nicht wert, also... Dann wird er zur Hanswurst. Dann ist das Ganze doch nicht festgewachsen und dann kommen wir da doch wieder raus. Warte. Lottie, das ist alles richtig krass. Ich will die Scheidung von der nicht existierenden Hochzeit und ich will nie wieder in Fridolins dreckige Augen blicken. Ich suche mir einen besseren Typen. Du musst doch deine wahre Liebe finden. Ja, hatte ich ja auch, aber du hast sie zerstört. Ja, okay, besser so, ne? Ich glaube, Limo hatte einfach nur Angst, dass ich dann nur noch was mit Fridolin mache und nichts mehr mit ihr. Ich stelle mir jetzt vor, Lottie hat so ihren Freunden, wie läuft, ne? Und da komm ich so, ich bin immer noch Single. Ja, ich auch. Ich bin lieber Single. Ja. Single-Late-Gespräche? Äh? Also, ich muss euch mal jetzt ein Story erzählen. Komm, wir gehen in den Busch Fridolin. Fridolin ist ein kleiner Arsch, dass er Limo und ich runtergeworfen hat und zu mir gerannt. Deswegen meine Hochzeit. Wir sind gerade im Busch. Ganz ehrlich, der soll sich jetzt mal so, ich mach dem zu Hackfleisch und dann... Der ist eh schon Hackfleisch, keine Sorge. Du hast ja so, du hast ja vor allem so, ähm... Ich bin falsch geheiratet, ganz ehrlich. Hackfleisch ist nicht so meins, wenn ich ehrlich bin. Lasagne ist besser, ne? Ja. Ja, jetzt kommt deine Lasagne geliefert, äh, sie wird geliefert. Lottie, würden Sie Zitulin selbst verraten, wenn er eine Wurzbeherin dann anwurzelt hat? Düringer Knöße. Halt dein... Was für Klöße? Oh mein Gott. Oh mein, dann könnte ich mal bitte auch. Okay, ich lasse mal. Ich glaube, es hackt. Diese armen Menschen, die wir sind. Ich glaube, es kackt. Ich glaube, es gab sie wirklich rein gerade. Ich glaube, es war ich dünnach. Boah, Digger. Quell Kartoffeln und Dup Dup. Erbsensuppe und Wurst. Pommes, Frieden mit Ketchup. Los, Frieden, du Bratwurst auf einmal. Nein, nein, Frieden ist keine Bratwurst, er ist eine Wurst, weil ich mag nur Bratwürste und deswegen ist es eine Wurst... Wusstest du, dass er dich betrogen hat? Ja, mit dir. Ja, ich weiß, wir sind doch gerade im Wurst. Das bricht mir mein Herz. Deswegen ist Lemu jetzt auch nur noch eine Wurst, weil... Hey, Freunde. Bratwürste sind ja was Besonderes. Also bist du keine. Ja, ich bin ja auch keine. Ich bin eine Bratkartoffel, weil meine Gehirnzellen verkrugelt sind. Das ist gar kein Sinn ergeben. Alle sind so Würstchen und du bist so eine scheiß Bratkartoffel. Lottie, bleib mal so stehen. Lottie, wir haben uns jetzt versteckt. Versteckt. Ich weiß, wo du bist. Ich weiß, du guckst auch in meinem Stream, du Arschgesicht. Hi, Mira, es ist O. Tyria. Oh, shit. Oh, shit. Tyria. Also ich will es nicht sagen, aber das war jetzt hier gerade mal so First Try. Und ich habe es drauf geschafft, meine Liebe. Und ich werde dich jetzt verfolgen. Komm in den Busch, mein schöner Fridolin. Fridolin. Aha, jetzt betrügst du mich ja auch noch mit ihm und bist ihr im Busch oder was? Ich glaube ja auch. Nee, guck mir nicht an, was ihr da treibt. Wo ihr seid? Lemo ist mit Fridolin im Busch und... Gewesen. Jetzt gehen wir an den Strand und wisst ihr, was wir davon entspannen? Man, du bist ein Date auf der Picknick-Decke oder was? So ein bisschen rumknutschen. Oh, mein Gott. Thüringer Klöße. Ich glaube, es hakt. Stirb. Ich glaube, es hakt. Ich glaube, wer wohl es hackelt. Ich glaube, es hakt. Also ganz ehrlich, ich glaube, es hakt. Ich glaube, ich sollte es einfach wieder mit Günther versuchen. Ich glaube, wir haben einfach immer noch die beste Beziehung zueinander, weil wir verstehen uns halt. Weil wir haben so eine Verbindung zueinander. Also ich und Günther, wir wissen halt, wir kennen uns einfach schon. Weil wir haben schon so viel miteinander erlebt. Das glaubt ihr mir gar nicht. Wir können halt auch nicht mehr so viel zwischen mir und Günther passiert. Also er ist mir halt nur dreimal fremdgegangen. Nur. Aber das ist halt auch in einer offenen Beziehung. Lasst mal alle aufs Dach von in Silverglade. Ja. Dann können wir jeden, jeder kann mit seinem Traum hin. Hey, geh mal zu Big Bunny. Wir husten gerade eben, war eher ein Knutzen. Ja, ja. Deswegen, ich sag, so laut sie sag ich immer so Stirm. Weil sie gefühlt immer richtig, richtig, ja. Ja. Sie ist halt am Torrecken so. Was habt ihr? Erröbt. Erröbt. Ah, oh, warte mal. Nee, ich hab da. Lache. Was habt, was habt ihr? Tschüringer-Tschüsse. Also ich könnte ja so zwei Buchstaben oder drei vertauschen. Dem muss halt leise. Hä, wo seid ihr? Ja, ich bin auch lieber leise jetzt. Wo seid ihr hin? Wo seid ihr noch meine Frisse, Alter? Kommt mal alle zu Big Bunny. Big Bunny war's? wieso heißt die eigentlich big bonnie ich begleite dich auf seinem weg jetzt war jetzt mal so ganz ehrliche fragen wieso heißt die so was heißt eigentlich also wofür steht bonnie weiß ich nicht aber big ja okay aber wieso heißt sie so also ich bin sogar ja okay nein ich kann das nicht egal ihr müsst leise sein deli und so ja noch doch ja ja die ist fast genauso groß wie ich ich nehme dich jetzt mit zu mir nach hause ich muss euch jetzt mal vor mir was erzählen also ich war im urlaub ich wurde halt jetzt vor real das ist jetzt das ist wirklich abgemacht ich wurde wirklich fast mal entführt aber jetzt im ernst aber da war ich kleiner also so keine ahnung man hat mich angesprochen und wollte und hat gefragt ob ich ein eis möchte und habe ich so gesagt nein und dann der so willst du ein eis willst du ein eis willst du nicht wenn ich komme also wenn du ein eis möchtest dann kommst du komm mal mit rüber zu diesem auto da hinten ja keine ahnung ich war 987 und ich war halt alleine draußen und dann kam dieser typ ich wollte dem erst mal so eine backpfeife verpassen aber ich habe es aber ich habe es ja ganz da leben und ich sag es euch wie es ist stimmt ich will ja nicht wissen was was der mit mir der war safe 50 oder so und ich war da neun oder so also leute jetzt jetzt überlegt mal ein bisschen die wahnbeziehung leute mein pferd oben gelassen wie ihr kommt da hoch wie ihr kommt da hoch ja moin ich bin so unlosseh konnte mich da unterflutschen sehen lutschen 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 kannst du mir sagen was warte was alles gut ich habe wo stecken sie drin Lottie, komm an! Wer ist Level Up wegen Magic Moments? Ich weiß nicht, mit Mecken, 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 Tür, Regen, Lottie, bitte nicht schließt Ah, Hilfe, ich mache einen Abgang, Tür, Regen, Junge, Lottie Wir verstehen uns schon wieder, ich sag's euch, das wird wieder was mit uns Komm, da wird was raus, wenn es pinke Wie du wieder hochkommst Ja, meine Freunde, du musst da ran, naja, alles gut Halt kurz mal deine Fresse, tschüss Deli, schön, dass du dabei warst und es tut mir nicht leid Emily, du musst da so auf eine bestimmte Weise reinspringen, damit du auch rauskommst Nein, nein, ich weiß nicht Das ist grad mein Gesicht sehen, bist du, ne? Nein Das ist also, ähm Also, also, Uwo, ich war... Cheer in your class Was? Ich muss das grad falsch von mir Ich glaub, wir haben zu viel TikTok geguckt Wir haben zu viel TikTok geguckt Du musst hier so links lang Ach du kleiner Pizza Ich hab's eben geschafft Mein Vater küsst Wow Dein Vater Lemo geht gleich auf Familie Lass mal auf SO zusammen Ich hab meinen Vater verstanden Oh, Rang, ja, cool Hey Leute, wir ranken heute mit Ah Wo ist das? Nein Nein Ich bin gestorben Oh, nein Ich glaub, mein Pferd Während einer sehr schweren Mission Was? Was? Oh, Lottie Ich glaub, es hackt Hey, ich würde mein Pferd auf einen dritten Sprung Oh, Gott Oh mein Gott L-L-Lemo Was war das gerade? L-Lemo L-Lemo Oh Oh Aber Ich glaub Ich glaub Ich kann das alles nicht mehr Ich auch nicht Ah Ganz übertragen Das war jetzt auch ein bisschen für die Karotte Oh, Alter, ich kann nur Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Was? Wo? In der Haus Okay Oh Oh Nein Warum? Nein 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 Oh Was? Oh mein Gott, hab ich's aufs andere Dach geschafft? Oh mein Gott Oh mein Gott Ich bin aufs andere Dach gehoben Ich bin einfach aufs andere Dach gehoben Ich glaub, er will es hackt Ich will Ihr sagt jetzt auch schonmal Ich glaub, es hackt Was willst du? Das ist auch schonmal Klärsa Düringer Ne, ihr schafft es nicht Düringer Düringer Sie sind auch hier'! Wieso schreibt keiner im Chat? Die sind alle verstört Okay, kann ich auch verletzt Da hast du auch verletzt Hey, wie kamst du da drüber, du dumm Was? Ich bin da drüber geflogen Wie kamst du da drüber, du dumm also ich bin gegen das pinke gerannt und dann bin ich so hoch geflogen habe die ganze zeit so foto modus gemacht auf einmal weiter wir haben wir haben eine neue mission müssen wir jetzt auch immer kommen okay 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 dann was gegen was pink ist hier kann man nicht hoch oder und welches pinke denn ich glaube ich komme von hier eben ehrlich ich bin da so gegen sprung dann wurde ich habe gerade das mit einfach dann guck mal also man liegt ja manchmal so hoch wenn man dann fliegt man ja so hoch und da warst du mal also man fliegt okay alles gut dann habe ich das andere verlass die mich jetzt alle geht die da hinten hin ich dachte ihr kommt ja ich mag halt keiner und jetzt die ganzheit foto modus ich denke es gibt nicht viel zu schreiben auf einmal spontan hier ne hast du als ich vom linken haus abgeprallt wird laut sie nur auf import haben noch mal was geschrieben also ich kriege muss man da im spring rausspringen oder ein laufen einfach gegen das pinke ich weiß nicht irgendwie ist es unnötig wenn man jetzt dauernd so verwarnungen bekommt ne das ding ist ich weiß halt nicht bis wann ich mich abmelden soll weil wenn ich im moment einfach keine motivation zu kommen lotti 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 mach einfach bis 2030 ich habe halt jetzt erst mal geschrieben bis ende von diesem monat also bis zum 30 aber ich werde es halt dann nochmal danach wahrscheinlich länger auf und so aber es sollte jetzt erstmal nicht so rüber kommen dass ich gar nicht mehr kommen aber ich will halt auch nicht verlassen so ich werde auch nicht verlassen ich will halt nicht so beef anfangen ja man fühlt sich richtig scheiße wenn man verlässt also ich wollte am anfang mein plan war einfach nur so in ein team also ich wollte mal so ein sowas ausprobieren so ob das auch was für mich ist und an sich ist es tatsächlich nichts für mich weil clubs einfach geiler sind also es kommt natürlich darauf an aber ich bin halt eher so der club mensch und egal wie nett die person sind es bringen wir halt gerade momentan nichts wie alle gefühlt dagegen rennen wieso komme ich nicht hoch du dumme frisst du bist du dagegen gesprungen oder gegen gelaufen also nur die die kein profi sind ich habe keinen bock mehr auf diesen ort ich geh jetzt noch nicht ich geh jetzt woanders klettern und die männer sowieso nur wofür sind die häuser zum übernachten also schon aber so viel manche männer lieben männer manche frauen lieben frauen könnt ihr bitte habt langweilig dazu also also in sso i guess ja es ist unnatürlich also top wäre ein bisschen cringe nicht mit uns dreien du bist du du kannst aber ihr könnt da eh nicht hin wo ich gerade bin also zumindest ich bin ja auch nicht in das ist okay karotte du bist dich alleine man also ausnahmsweise mal bist du nicht allein es wäre so lustig wenn karotte dahin könnte ja so kann man dann sowieso nicht und leibst ne naja vielleicht das ist alles der lachen möchte die noch gerade ausgesprochen hast jetzt tut mir doch mal ich bin noch bereit ich bin noch bereit Junge hat dann ich war ein fehler ich war ein ala rama okay recht jetzt so machen seit ihr immer noch live das ist ja anders wird seit 18 uhr 30 also ich will sagen ich ja richtig will ich sage jetzt schon mal so ich habe auch mit falsch denken und falsch denken ja du auch also du brauchst halt gehirnwäsche doch mein gott in den zeit wir haben einfach eine neue coole karre zum aber ich glaube es wird echt ein bisschen cringy da war man richtig schön jetzt können das spiel mit regeln weiter oder du bist raus spielen weiß jemand was gemeint ich weiß es halt nicht man zu roblox kartik von aber es ist lustiger leute kommt ihr da nicht hoch geschafft ja da wo ihr nicht hier kommt ich habe das ich bin da früher immer mit hamster rumgeklettert keiner kennt hamster hatte ich noch andere schöne internet beste freundin hat flotte noch nicht und ich bin immer alleine nein kann gerade du bist jetzt karate du bist jetzt auch meine neue internet beste freundin ja lotti lotti ist einfach ja ich dachte man kann hier weiter wie viele leute sind denn überhaupt noch haben live sechs nur wo seid ihr ja wer guckt das ist denn auch diesen horror terror an ja wie die grad langweiler haben auch cool da kann ich doch nicht hingehen nach ulm nach unten du umgesicht wo ist unten ich bin ich gut so schönes leben allein einmal lieben gottchen jetzt wieder reinkommen dann bin ich am holen hier warte mal man kann man konnte doch irgendwie mal da hoch wir gehen jetzt noch ein bisschen klettern weil klettern ist eigentlich lustig ich bin in redwood point manheim warte mal wie kann ich denn da früher hoch ja sind alle weg ja das ist juckt mich eigentlich nicht wenn ich gleich wiederkommen bin ich beleidigt wo kann man denn da hoch also theoretisch könnte jetzt ja ich könnte hier hoch springen wenn es immer noch funktioniert wie früher ne dann kann ich dann fressen wesen ich mache etwas unerlaubt was scheiße okay das loch hat schon ein bisschen müssen vorsichtiger sein weil diese löcher hier im spiel die sind ganz ganz klarisch die sind nicht so toll aber schaut mal wir sind jetzt auf jeden fall auf dem börsch er gibt mich doch nicht wir sonst hier auf dem börsch auf dem schnee börsch ihr könnt euch merken wenn ihr hochkommt dann könnt ihr einfach hier ihr seht ja diesen berg da er kann ich da irgendwie noch hoch ich glaube da hinten irgendwie da ist auch so ein berg aber ich weiß halt nicht da komme ich halt wahrscheinlich nicht weit da muss ich dann theoretisch springen und das ist ein bisschen blöd ja ich weiß so ey die eine richtig komisch hier die hat einfach braunsattel und schwarze stiefel und schwarze hose also ich glaube es hat das ist mein neues lieblingswort ich glaube es hat ich glaube es hat ich bin da hoch ich bin da hoch da kann ich hoch liebe klettern ist und das ist das lustigste was man machen kann und weil ich liebe dich dreamy like mir spaß ich dich nicht das war jetzt aber ich muss essen und nein bitte er muss immer essen gehen ernsthaft jetzt ja mal wieder du musst essen wer geht denn jetzt um sie geht in so ein rest nein ich kletter gerade den ganzen schneebärkuch das ist aber noch online ja sie geht ja essen sie ist wahrscheinlich die bleibt okay ich meine ich habe ja wer ist da hallo hallo auch live streamst du morgen mann strengste übermorgen mann johannes über über mann warum nervt ich dachte stream sie auch nicht bock haben zu streamen komm runter nein ich will hier hochklettern ich will hier hochklettern du hast ja überlegt dass ich reitlehrer werde ja überlegt nicht beschlossen ich habe ja nicht gesagt wenn ich hoffen aber dass ihr dir überlegt hast nein okay ich verstehe schon ja ich mag eh keiner ich habe da mittlerweile schon gut mit oben geht aber mich doch immer noch sehr weiter ich habe steige ja cool schön für dich freut mich für dich karotter dass du gerade keine aufmerksamkeit kriegst immer sehr leid für dich und mal also wie gesagt ein herzliches beileid naja vielen dank das ist so komme ich hier nicht hoch weil du musst wer ist denn hier dumm jahre city ist das ein berühmter club wenn ich zumindest nicht ich will doch hoch kann damit anlauf als es halt mein bildschirm schon richtig kacke grau oh mein gott nein das war das war aber knapp vielleicht kann man so seitlich oh das funktioniert doch eh nicht ich glaub es hat funktioniert auch nicht hä das sieht halt so einfach hier aus wo bist du denn in redwood in manheim sorry manheim oh mein gott ich bin in manheim wenn ich springen wahrscheinlich ist sie so eine wand müssen wir nachher gehen gehst du morgen früh wieder leveln ja okay dann sagt mir aber ich bin mal von mir egal ich bin morgen auf der nähe pfling ich bin nicht so der turnierfan aber viel glück ich auch nicht aber ich mache sonst keine deswegen muss ich das mitmachen und das ist auch das erste in das ist auch das erste wo ich endlich ein gutes pferd reiten kann deswegen muss ich das krämpfe machen ich habe keinen bock mehr drauf ich habe jetzt keinen bock mehr auf klettern doch mal kann hier lang gehen ich habe jetzt keinen bock mehr auf klettern ich kletter trotzdem weiter cool aber ich finde halt einfach echt diskriminierend von dir weißt du ja cool mir fehlen noch 2000 doch ich muss rechnen 2100 85 xp dann bin ich level 16 auch mal geschafft naja ist voll stabil 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 was stabil meine muskeln okay okay das war etwas das ist gut ja habe ich es nicht auch so nein siehst du auch so ich versuche jetzt da hochzukommen bis dann tschüss 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 Nein. Doch. Nein. Und was wenn doch? Wir kommen auf jeden Fall nicht hoch. Ich höre Schritte. Sind das meine Eltern oder wer ist das? Das bin ich. Ich bin die Geister-Omi und ich spuche in deinem Haus herum. Man ist wirklich gruselig. Und gleich geht es dir. Na okay, ich möchte jetzt keine Angst machen. Spaß und dann komme ich. Ich bin die Geister-Omi. Du, ich stelle mir, ich stelle mir dich, ich stelle mir dich als Grusel-Omi einerseits gruselig, aber auch einerseits voll lustig und cool vor. Cool. Leute, sie hat mich cool genannt. Wieso, weißt du, ich komme da nicht ran? Was? In einer Pick-Me-Szene. Wo kommst du nicht ran? Ja, an das Regal. Ach so. Bist du groß für den Alter oder klein für den Alter? Kein Kommentar. Keine Antwort ist auch ne Antwort. Welche Antwort denn? Janine oder Spurs. Spurs. Ähm. Also. Ich möchte jetzt auch plüchern, aber alleine... I don't like you. Okay. I don't like you. I can fly. I can touch this guy. Oh baby. Was? Baby. Baby. So peinlich. Ich kann es immer wieder auf streamen. Wir sind ne Scheiße labern. Ich stimme nicht mehr lange. Sind wir, sind wir überhaupt noch Fragen im Chat? Also keiner schreibt mehr. Also es gibt... Lottie hat zugehört. Meine Muskeln sind auch stabil. Ja, natürlich. Immer. Warum ist sie jetzt da? Wieder? Wahrscheinlich, weil sie während dem Essen den Stream guckt. Lottie? Wenn du grad zuschaust, verpiss sie. Ich war. Wenn sie mit ihren Eltern da sitzt und da nur... Lottie, wir lieben nicht Spaß. Ey, wenigstens. Mag... äh... Lassys Mutter mich. Ich bin jetzt nicht sympathisch. Dazu sage ich jetzt nichts. Kein Kommentar. Kein... Kommentar. Boah, meine Mutter würde sowas aus. Ich weiß ja, meine Mutter hat das mitmachen würdig. War schwierig. 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 Lottie hatte einmal die Möglichkeit mit meiner Mutter zu reden. Was macht Lottie? Sie lacht nur. Genauso. Danke. Mandel. 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 Hey, kannst du damit betaufen? Ich muss kurz was Wichtiges gucken für mein Business. Okay. Ich hab kein Business. Das war mir schon klar. Denkt daran. Wenn ihr die CT-Zeit nicht kennt, schaut bei CT-Zeit nach. Was? Weil es immer noch so dumme Leute gibt wie dich. Die die CT-Zeit nicht wissen. Natürlich. Haben wir heute CT? Ah, nee. Logisch. Doch, weißt du jetzt gleich. Ich hab jetzt gar keinen Bock mehr. Ich mach noch ein bisschen weiter. Oh, das bin ich. Ah, nee. Das bist du. Oh. Also, das verletzt mich jetzt wirklich doll. Nee, nicht. Und. Oh. Ich hab noch nichts gesagt. Ja. auch ich hab sie ja oder ich hatte ja eigentlich mal eine ibf nach was mir jetzt geschrieben hat egal du hast ja noch nicht und lotto ja das reicht mir nicht spaß willst du keine internetbeste freunde haben so gestört sind wie du natürlich ja die eine rede gerade mit dir ich bin nicht gestört hässchen von normal ich will es bin ich schon toll und ich bin normal wie die drei von der dank der muss jetzt kurz mit ihr diskutieren weil ich habe ja auch schon seit ewig kalt nicht mehr gesehen kann was sie macht ja babbel das schreibt mir mal den namen auf das code siehst du ich machen ja sie heißt ich weiß wie man die verschickt ich gern was wünscht es nicht wo bist du dann ich finde ich immer nicht soll ich dir bei discord oder überdienst schicken das kommt einfach ok jetzt schicke ich über instagram noch nicht oh nein ende wunderschöne wimpern von mir ist rausgefallen ich habe euch schöne wimpern scherz und nicht zu emilie panik jahre sondern zu leben wo insel direkt meischt message so ach ja die gute halbe ja die lügt so krass ich bin ich nicht ich konnte noch nie ausstehen ich mache einen ausgerichtet weil ich ihn nicht ab dem ist doch lieber sie nicht in ihrer story verdienst hat ich nicht darauf und ich jetzt nicht in mir posten haben oder wie meine wie es da liegt am Preis zehnmal dieser war so schlimm richtig stimmen aber sie schreibt sie will ich weiß nicht haben sie es noch eine beste freundin oder nicht mehr nicht mehr doch ich bin ganz allein ich bin immer hinten auch in der dresdorf immer hinten nein sie hat jetzt gerade mir geschrieben dass sie hat mir geschrieben geschrieben ja sie war voll sauer weil ich ja anscheinend weil ich weil ich kein kontakt halte aber sie halt auch nichts immer wieder so oft und dann und dann hat sie und dann hat sie gesagt ja also die erste wenn ich was nicht doch immer dann antwortest du darauf wer nie so her gar keinen sinn weil es einfach peinlich ist was die alles komisch ist in die story stelle habe ich auch gesehen was war also ich hör dir kurz zu aber ich muss ich muss mich kurz auf stumpf stellen okay aber ich verstehe ich das total ja und diese komisch und auch die sagt ich soll nichts mit anderen machen was er macht sie los mit anderen ich brauche irgendwelche geilen outfit-ideen starstable so gut aus ich weiß aber nicht was die die große geht man man sagt es ist mein neues lieblingswort ich glaube es hat meine fresse das ist ein schönes Bild so dann kommt die Oli sehen wie er ich hab's hackt das tut mir so leid das ist auf die Sage es tut mir so leid muss man nicht dann machen und habe ich einfach zu brechen in ein in ich hab mein Spaß aber wo gibt's die Hose klopf hat boah ähm äh entschuldigt dann kommt ihr denn wieder ey das ist so komisch ja alleine was soll ich denn sagen was soll ich denn sagen ich bin hier kein kein YouTuber ich bin ich bin ich bin es hallo endlich unangenehm hier alleine ich hab's ich hab richtig angst dass die im live ist nah einfach nicht wollen wir nachher einfach noch mal kurz reden darüber oder so kann man machen ist immer noch live ja ich würde aber dass ich nicht jetzt sind live irgendwie beenden also es war ein sehr lustiger dummer komischer live stream hallo hallo okay ich beende das ganze ich will eigentlich ja wie bau ihr süßen kleid und denkt immer dran ich hab's hat das ist das wort zum sonntag nie was ich sag's nochmal oh my god ja oh my god okay ähm so wir sehen uns alle jo jetzt tschau ihr süßen tschüss okay tschüss tschau tschüss tschau 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 tschau